So, das ist immer live, glaube ich. Hi, wie geht's euch? Ist überhaupt schon jemand da? Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich ist keiner da, weil es recht kurzfristig war. Aber man kann sich das Ding ja auch nachträglich noch in den VODs angucken. Ich habe es schon in die Playlist. Rein integriert. Die Spider-Man-Playlist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, oder? Wahrscheinlich streame ich jetzt gerade für mich alleine. Mal sehen. Ich kann aber heilschreiben in den Chat, wenn ihr wollt. Ich werde übrigens nicht so viel mit dem Chat reden, weil ich muss mich konzentrieren und will auch nicht spielen wie der letzte Mob. Deswegen starten wir neu. Ja, wir sehen uns die Zusammenfassung mal an. Ich arbeite an einer College-Bewerbung und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker. Bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ. Ist doch klar. Ich versuche einer anderen großartigen Frau nachzueifern. Meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rechte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Wisions Academy. Was noch? Ich schätze, ich... ...helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Harlem. Sie ist Stadträtin Rio Morales. Und... ...ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und... ...ich finde eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und... ...ich... ...wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe super Kräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Ja, ich starb durch Martin Wiesbombe. Im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, ...habe ich von meinem Vater... ...aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man es auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu bemerken. Sicher kannst du das. Du musst nur... Warum fängst du keinen neuen Wurf an? Ja, sehr cool. Ich glaube, ich lasse mal die Kamera aus, Leute. Irgendwie stört das, glaube ich, nur. Vor zwei Jahren. Wir sind bereit. Alles okay? Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt, ...schalt mich aus. Das klappt. Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen. Fieser Albtraum. Krass. Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Ich bin da. Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Hi. Mein Name ist Pi, äh, äh, Mr., Mr. Parker. Äh, und heute ist unser Glückstag. Weil das hier die Physikstunde ist. Und Physik ist der Hammer. Äh, 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 äh. Äh, äh. Oh, shit. Wissen Sie, wie einige Insekten und, äh, Vögel, Reptilien einfach über einen, äh, Teich laufen können? Stichwort, Oberflächenspannung. Ich muss mal. Oh, okay. Das ist der Sandman draußen. Äh. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Hm. Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung, Gamma, ist die Parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F, dividiert durch die Länge, L, der Linie, auf die die Kraft einkommt. Kann jemand, äh, ich, ich bräuchte mal Hilfe. Äh, Mr. Morales, richtig? Äh, können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Äh, lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauch diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, wer hat dich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Marco, warum heute? Ich bin sowas von gefeuert. Ja, hi alle im Chat übrigens. Sorry, ich werd mich ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruck, zuck zurück. Gut. Ich hab noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh, dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh, dann nichts wie in die Stadt. Kümmern wir uns schnell um Marco. Wow. Hey, MJ. Hey, Jungs. Ihr solltet schnell nach Downtown. Wir schwingen grad durch Brooklyn. Hat dich Jameson für den Bugel hingeschickt? Unfassbar, dass JJJ dein neuer Boss ist. Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Den hab ich seit Jahren nicht gesehen. Zeugen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrie. Er wirkte wütend und paranoid. Er ist einfach explodiert. Mann. Hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste habe ich schon gesehen. Passt auf. Gut, dass es jetzt zwei Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke, MJ. Wir könnten hier unsere neun-tüfte Leinen nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast die doch dabei, oder? Kein Kommentar. Das ist so geil. Ja, es gibt mehrere Leistungsmodi. Wow. Ich glaube, wir haben ihn. Marco! Alter. Was ist doch... Das ist Sandman? MJ hatte recht. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Hat er etwa Hunger? Der Große braucht einen Snack. Ich habe die Idee. Oh, Mist. Er war immer noch sauer, Marco. Wie wäre es mit Yoga? Alter, Schwede. Das ist mehr der Pilates-Typ. Das war die Idee. Ich habe nie gesagt, dass sie gut ist. Das sollte ein normaler Tag sein. Sieg-Unterricht. Peinliche Gespräche im Lehrerzimmer. Hilf die Treppe, Leute. Hilfe! Spiderman! Eine Lieferung für dich! Heiß und fertig! Bin da! Hab ihn! Leni Marcos? Ich wünschte, ich könnte das. Ich habe ihn abgesetzt. Nachdem er auf meinen Anzug gekotzt hat. Kein Einzelfall. Sandman hat noch ein paar Freunde ausgekotzt. Was ist das? Das kann er! Offensichtlich! Ich brauche dich! Mr. Parker? Tut mir leid. Wer ist da? Direktorin Evans. Natürlich! Direktorin... Alle Schüler haben die Klassenzimmer evapodiert. Wo sind sie? Mr. Parker? Ich habe... Der Struggle. Oh, Spider-Sperrfeuer. Boah! Greifer und Verteidiger auf Fähigkeiten wie Spider-Sperrfeuer aufzuladen. Ja, ja. Ich bin gerade auf dem Weg. Kommen Sie zurück und kümmern Sie sich um die Schüler, sonst... Das klingt nicht zu gut. Fast geschafft. Wie läuft es bei dir? Äh, Miles? Anruf von Direktorin Evans. Oh, Mann. Liege ich von der Schule? Hey, du schwänzt doch nur. Ich habe während eines Notfalls die Schüler allein gelassen. Ja, das gibt Ärger. Oh, ich liebe es. Das ist gleich wieder so geil. Ich bin direkt wieder drin in dem Spiel. Achso, übrigens, das Spiel ist mit der freundlichen Unterstützung von Playstation gesponsert. Ich habe dann Key bekommen. Vielen lieben Dank dafür. So, jetzt geht es weiter. Ich weiß, du bist sauer auf mich. Das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe. Ja, dass du die ganze Stadt blatt machst, ist okay. Aber zuerst wird es wehtun. Ja, der war wohl nicht froh, über das Wiedersehen. Ja, der ist nicht der nostalgische Typ. Lass mich gehen. Sonst bist du tot. Er hört nicht zu. Wir müssen eins drauflegen. Wie? Er hasst Wasser. Deine Schulter ist schon nass. Die Elektrizitätsmarke dann sicherlich auch nicht so. Du hast es geschnallt. Ja, so jetzt spielen wir Miles. Das hat gesessen. Aber wir brauchen mehr Wasser. Ich schieße mit Netzen und lad mich auf. Jetzt lasse ich erst mal das Wasser laufen. Du willst mehr? Er ist betäubt. Jetzt schlag zu! Ich schlag nicht ein bisschen Sand haben. Hat hier jemand Wasser bestellt? Bam! Spider-Man, Achtung! Nein, 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 nein! Ah, Alter! Oh, wie krass! Ich dachte, du wärst weg. So schnell wirst du mich nicht los. Das ist ein Fall für Yankee. Yankee, bist du da? Alter, wie krass! Ich weiß. Pass auf. Wir brauchen viel Wasser bei der Wall Street. Ich checke das Netz. Pass auf, Alter. Sie auch, Mr. Parker. Mach ich. Moment, was? Er weiß es? Yankee weiß alles. Außerdem waren wir vorhin echt auffällig. Die Kattenschule war echt die falsche Wahl. Zeit für den Wetterbericht, Spider-Man. 100% Rechtsrisiko. Genau da wollen wir ihn haben. Diese Action ist einfach nur abartig geil. Der Wettertank auf dem Madison Building sollte funktionieren. Wir reden hier von 40.000 Litern. Okay. Danke, Genki. Ihr hättet wegbleiben sollen, Spinnen. Ist er immer noch da, wo wir ihn haben wollen? Vielleicht war ich dazu vereilig. Und er wird definitiv größer. Letter weiter. Wir sind fast da. Der Wassertank. Spider-Man? Ich wollte nur ein normales Leben. Wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich geht es nur so. Das ist das Gerät aus der Kontrolle. Pete, was ist passiert? Bin draußen gelandet. Kletter weiter. Wir treffen uns auf dem Dach. Der Wassertank ist die einzige Chance. Wo bist du, Pete? Das ist dein Fokusbalken. Wenn du vollen Fokusbalken einsetzt, kannst du Heilung durchführen. Wenn du dein Fokusbalken, in dem du angreifst und verteidigst. Ja, okay, war gewollt, ne? Ich wollte nur ein normales Leben. Das ist doch wirklich. Jetzt ist es zu spät. Ja, wenn du alles kaputt machst. Selber. Oh Mann. Selber Schuld. Ich bin nicht, dass wir herrte Angriffe mit mindestens einem Bonus-Bike. Ja, ja, kennen wir schon. Warm. Warum baut Marco nicht einfach Sandburgen? Alles okay? Ich bin bei Pete. Ich weiß, ihr seid in allen Nachrichten. Ich bin unterwegs nach Downtown, um die Hilfe zu koordinieren. Denkt Genki dich in der Schule? Ja. Aber ich habe noch einen Beratungstermin. Und die Direktorin denkt, dass ich... Ich kann mit deiner Direktorin reden. Aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Ich hiero, Mifo. Wie Ma schon sagte, New York braucht uns. Ich bin unterwegs. Ohohoh Ich würd' meinen Auftakt lieber darüber schreiben! Damit könnte ich auf jedes College! Oder Spider-Man könnte! Okay, das kann warten, meins! Pass auf! Wie läuft's los, Spider-Man? Fast geschafft! Der Tank gehört uns! Jetzt gehört er ihm! Hey, sorry! Hab' ich was verpasst? Er will mich fressen! Dann geben wir ihm lieber was zu trinken! Haben wir's geschafft? Nein! Pete! Her mit den neuen Spielzeugen! Der letzte Patch für den Anzug hatte Macken, aber... Wird schon schief gehen! Haha, geil! Die Netzflügel! Sie fliegen! Das war's noch nicht! Markau ist am Strand von Pier 4! Wenn er an den ganzen Sand kommt... ...ist er wohl gerade! Ich brauche dich sofort, Miles! Ja! Ich seh' ihn! Bin hinter dir! Miles! Miles! Worauf hab' ich mich eingelassen? Beruhige dich, Markau! Unschuldige Menschen sind in Gefahr! Du sorgst dich um sie, aber nicht um mich Auf Marco wollten sie nicht hören, aber Sandman ignorieren sie nicht Oh, crap Miles, genau der Eine Idee? Herr, die Klasse ist wieder feind Markus, Sturm erzeugt eine Menge Elektrizität Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Pulchurit, genau wie bei den Minis Eins plus Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn Ich soll ja blitzen, Raffi Hältst du das aus? Hältst du das raus? Bro, wie genau willst du deinen Blitz umlenken? Wie du sagtest, wir müssen kreativ sein Stop it! Mitzialkombo! W Niru W Was war der B Rom? W W Jetzt so der Nies, Spider-Man! Aus geht's! Warum gebt ihr nicht einfach auf? Weil wir diese Stadt beschützen wollen! Alles gut? Alles gut! Die halbe Stadt verwüstet! Aber wie epic ist das bitte? Der Anfang schon! Ich hab Sand! Überall! Das ist ein Spinner! Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen! Er macht einfach mal die ganze Stadt platt und sagt, du brauchst Hilfe! Vor sechs Monaten, für die ganze Zeit die Zeitsprung! Ach genau, Craven, der Jäger, ist er diesmal! Huiiii, da kommt auch ein Film raus, übrigens über ihn! Das Alter macht dich langsam, Sergei! Das wirst du nicht erleben! Ich beschatte dich seit Stunden! Du hast nichts gemacht! Boah, erbärmlich! Ich hab mich klar ausgedrückt! Eine Beute, die mir gewachsen ist! So, wie wäre ein neues Jagdgebiet? Entfacht das Feuer! Die große Jagd beginnt! Boah, geil! Hab ich Bock? Hab ich Bock? Schön, schön, schön! Trophäe verdient! Was haben wir? Äh, schließe Oberflächenspannung ab! 1% Fortschritt! Sehr gut! Äh, ich werde übrigens am Sonntag wieder streamen! Da wieder Horror und auch Spider-Man! Mal gucken! Das sollte dann immer die Videos so ein bisschen auslassen, sonst überschneidet sich das Scheiße! Also technisch ist es einfach so geil, das Spiel auch schon! Die haben es so drauf, die Leute! Geschafft! Du bist sicher! Ja, hier auch! Hey, Genki! Ich weiß, ich weiß! Die ganze Telekommunikation liegt lahm! Was passiert mit eingehenden Meldungen? Die kommen in die Warteschlange, aber... Warte! Äh, ich probier mal was! Mach schnell! Warum Spider-Man erst für die Playstation kommt, weil Sony gehört, das Franchise! Bin unterwegs! Hilfe Bürger in Not, ja! Ja! So ein Chaos! Marco! Was ist in dich gefahren? Wir sind leicht im Rettbewerb! Gefunden! Ich komme! Sekunde! Erstmal den Arm ausreißen! Jetzt schon! Danke! Spiderman! Spiderman! Den Schief braucht dich! Spiderman! Steffi, kack mir den Punkt! Einsteig fest! Marco sitzt in Hand! Spiderman! Hast du Zeit? Die Wache da vorne rief uns an, doch die Verbindung ist abgerissen! Wir müssen durch und reagieren! Bin dran, Chief! Oh! Was war das? Oh! Was war das? Vorgenommen! Wie lange planst du das schon? Ich träume seit der siebten Klasse davon, aber Planen? Ah! Seit zwei Minuten oder so! Es sollte dort einen Starter geben! Was ist das für ein Zeug? Ein neues Startup führt hier eine Umweltstudie durch. Der Starter ist für Wettersensoren in großer Höhe. Und dieses Startup ist einverstanden? Klar! Hab den Boss gefragt! Super netter Typ, das Spiderman liebend gerne helfen will! Ich finde es auch noch ein bisschen komisch, dass die die ganze Zeit kommunizieren und die echten Namen benutzen. Funkfrequenzen sind einfach abzuhören! Pass auf! Was soll ich tun? In deinen Netzschießern ist doch ein 3D-Drucker eingebaut! Du musst schnell etwas bauen! Habt ihr die Pläne geschickt? Wow! Sind da! Wann der 3D-Drucker, auch geil! Sieht aus wie eine Drohne! Wir spionieren niemanden aus! Oh nein! Alles mit Zustimmung! New Yorker schicken Nachrichten über die App, die an diese Drohnen geleitet werden. Ich nenne sie fokussierte Relais-Nachbarschafts-Datenpunkte. FRND. Hab ich gerade einen Freund gemacht? Hast du! Haha! Mein Ich aus der 7. Klasse war so cool! Okay, also, wie kriegen wir das in die Luft? Es gibt jede Menge störenden Datenverkehr. Ich habe einen Weg auf dem Visier markiert. Dann ist das Signal klarer. Aha. Gut, dass das nicht wackelt hier. Wie sau. Genau. Das lokale Netzwerk müsste gehen. Ich benachrichtige die App-User. Ja, ich sag ja, grafisch ist es auch echt herausragend gut. Oder detailliert eben und gut gemacht von der Technik. Wir haben es geschafft. Wieder am Werk. Aha. Ein Fertigkeitspunkt. Du wurdest hochgestuft und hast deinen Fertigkeitspunkt verdient. Du kannst Fertigkeitspunkte ausgeben, neue Angriffe und Moves zu erlernen. Hm. Ja. Der gemeinsame Fertigkeitsbaum. Der enthält Fertigkeiten, die beide Helden nutzen können. Jeder Held verfügt außerdem über einen einzigartigen Fertigkeitenbaum. Navigiere zu Peters Fertigkeitenbaum. Eine Spider-Peitsche. Okay. Ich sehe es gerade. Ein Angriff der mehrere Gegner im Luftkampf hochschleudert. Er ist ausgewählt. Genau. Dann kaufe ich mal die Peitsche. Die EP und so weiter. Ja, ja, ja. Oha. Wir haben wieder viel zu sammeln. Das finde ich schön. Der Pulssprung. Das hat auch Miles schon gemacht. Was für die Geschwindigkeit da kriegst. Oh mein Gott. Venom-Sprint. Ich habe leider keine Punkte. Äh. Ja. Sehr gut. Da. Eine Verbrechensmeldung. Oh, wie geil. Guck mal, wie hoch oben man die Leute schon sehen kann. Na los. Auf geht's. Na los. Na los. Wir haben jede Menge Zeit. Die Cops haben mit dem Sand zu tun. Räumen wir den Laden aus. Na los. Aufladen. Er ist hier. Zerquetscht. Waffendiebstahl. Nicht mit mir. Aha. Wer gründet bitte einen Waffenclub in der Stadt? Ich werde eine Petition starten, damit die Waffenclubs durch was Besseres ersetzt werden. Wie einem Club für Komplimente. Die schaden niemandem und sind umsonst. Haha. Ich sehe ihn da oben. Zum Beispiel. Du kannst echt gut einstecken. Gut gemacht. Hey. Das klingt echt gut. Weniger Waffen. Mehr Komplimente. Das will schon. Ja. Und nur hier löschen. Das waren viele. Wollten das Sandchaos in der Stadt ausnutzen. Geräte. Äh. Für innere Verbrechen und Technikteile zu verdienen. Diese Teile kannst du für die Herstellung starker Upgrades ausgeben. Netzschießer. Ja. Hat mir grad nix. Doch. Äh. So. Höhenflug. Haha. Hilft mehrere Gegner in die Luft, um sie anfällig für Luftkombos und zu bohren. Bodenreisenangriffe zu machen. Und dann. Mag ich das jetzt machen? Ja. Muss ich. So. Mehr eins und schießen. Ja. Kann man wohl noch upgraden. Hier. Ziehe mehrere Gegner an einen Ort, um sie verrundbar für Flächenangriffe zu machen. Und Gegner mit schnellen Schüssen eindecken. Oder spinne er sie ein. Okay. All das kennen wir ja irgendwie schon. Du bist uns im Weg. Ja? Eine meiner Superkräfte. Leute? Meine Hilfe ist noch da. Ich weiß. Ich arbeite an einer Lösung. Gib mir eine Minute. Ich melde mich. Oh Mann. Ob er sauer auf mich ist? Manchmal sind Stress und Wut geschwistert. Halt einfach nach. Nach Notwellen Ausschau. Bist du jetzt etwas wütend? Bin ich nicht weit. Nur konzentriert. Du fragst Mom auch immer, wenn sie wütend ist. Komm schon. Wie lange kennen wir uns jetzt? Hast du mich je wütend erlebt? Ah. Mal nachdenken. Das war eine rhetorische Frage. Einmal haben wir bei dir dieses Brettspiel gespielt. Du hast ständig verloren. Ich war nicht wütend auf dich. Sondern auf das Universum. Er wird mich treppen. Guck mal, der eine da hinten im Sand. Wie er da eben noch rumgewackelt hat. Nochmal hallo alle. Ich werde ehrlich gesagt mehr aufs Spiel achten. Als auf den Chat. Als seht mir das nach. Aber es ist viel Action. Ich dachte, wo wir schon dabei sind, können wir sie auch upgraden. Wir brauchen nichts besonderes. Wir müssen nur die Bürgermeldungen sehen. Absolut. Während des Updates sollten wir das Netz ausweiten. Dann melden wir uns bei Miles. Da drüben. Sie konnte kaum atmen. Miles, hast du zu tun? Was brauchst du? Geh auf das Dach des Gebäudes in der Nähe. Hm. Hm. Oi. Jo. Du klangst vorhin gestresst. Alles okay? Ja, ist bloß grad viel los. Und ich hab Hunger. Und der Automat hat nur noch diese öden Natrium-armen Cracker. Oh Mann, wie blöd. Halb so wild. Also, ich gehe endlich dieses App-Upgrade an. Ich brauche nur noch ein bisschen Hilfe von meinen Friends. Haha. Ja, das Schwingen ist besser. Das wird sich gleich ändern. Ja, ich sage ja, man kommt wieder so schnell rein in das Spiel. Das ist einfach der Wahnsinn. Ja. Ah, genau mit L3 war das. Also, ich versuche die ganze Zeit hier das hier zu machen. Okay. Pop, 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 pop. Okay, bin da. Es sollte dort irgendwo einen Starter geben. Hier ist nichts, was wie ein Starter aussieht. Vielleicht unter dem Sand? Wie gehe ich den Sand weg? Warte mal hier. Ah, okay. Ja, also ich weiß ja nicht. Der Sand würde eigentlich nicht weggespült werden. Der würde... Der würde eigentlich nur hart oder halt nass werden. Jetzt kapier ich's. FRND. Lass mich raten. Freundliche Relais-Netzwerk-Drohne? Na dran, aber ist auch egal. Was zählt ist, dass sie raumzeitlich korrelierende Signale nutzt. Rechnungen in der Luft? Du bist ein Genie, Genki. Ah, du. Aha, du. Ich habe einen Weg für die optimale Netzwerkstabilität markiert. Folge ihm, damit das Signal stärker wird. Boah, die Drohne steuert sich echt richtig. Hake. Ja, die Drohne, die wackelt halt voll. Die Drohne ist verbunden. Yeah. Verbrechensmeldung. Alles klar, bin unterwegs. Was? LauraTheo20. Die Netzflügel sind schon ganz cool, aber ich schwing halt echt lieber, ne? Laut den Jungs ist Spider-Man im Waffenclub. Wir müssen verschwinden, bevor er hier ist. Hey. Hilfe gefällig? Schlüssel weg? Da vorne gibt's einen Schlüsseldienst. So viele Typen für einen Transporter? Ist doch übertrieben. Wie wär's? Naja, wenn ihr stattdessen einfach den Leuten helft. Nichts nicht. Nächste. Ja. So. Oh. Barriere kurz vor einem Nahkampftreffer, um den Gegner ins Wanken zu bringen. Meine frühe Parade ist weniger effektiv. Wie kann ich denn parieren? Achso. Jetzt gerade könnte ich in Physik abstrakte Gleichungen für hypothetische Situationen lernen. Diese Art von Physik gefällt mir besser. Was hast du? Ja, Baby. Okay. Habt die App aktualisiert. Checkt das mal. Uh. Coole Sache. Es gibt eine neue Anfrage. Aha. Ja. Gute Arbeit mit der App, Genki. Das wird vielen Leuten helfen. Danke. Miles, erledigen wir diese Anfragen und dann ab in die Schule. Spiderman! Rette uns! Irgendein Kristallfach durch die Fass uns hat eine Gasleitung getroffen. Ein Kristall? Ich sehe ihn mir an. Das ist bestimmt auch ein Sandman, oder? Ja. Müsst das nicht Lithium sein? Nee. Was kommt raus, wenn man Sand schmilzt? Also Glas, aber ja doch andere Stoche. Was zur Hölle? Kein Ernst? Wir haben die doch eingebuchtet. Hast du nicht genug, Marco? Miles, MJ hier. Wollt mich mal melden. Ich kämpf gerade wieder gegen Sandman. Ist der entkommen? Nein, ich bin beim Rest. Er sitzt vor mir. Aber ich hab so eine Ahnung. Moment. Lass mich mit seinen Ärzten reden. Oha. Okay, jetzt bin ich echt sauer. Haha, du wärst doch ein Schmetterer. Ich hab mit den Ärzten geredet. Gibt es bei dir so eine Art Sandkristall? Ja. Okay. Die Ärzte meint, Markus' Geist sei zersprungen. Also, buchstäblich. Ist ja irre. Und warum attackieren mich diese Sandtypen? Das sind wohl Teile seines Unterbewusstseins, die den Kristall beschützen wollen. Aber die Ärzte sagen, wenn du alle Teile wieder beschaffst, könntest du ihn wieder ganz machen. Nicht einfach, wenn man aus dem Land gebaut ist. Ein Ernst? Okay, Marco. Was hat dein Unterbewusstsein beschützt? Er ist nicht mal eins gerade. Und dann... Lass du weg. Einsprechender Kristall. Okay. Crazy. Scheint ein Teil von Marcos Erinnerung zu sein. 400 EP. Ich finde es halt voll geil, dass man einfach so steuern kann, wen man jetzt gerade spielt. Genki! Ist Mr. Sumida noch da? Ja, er ist gerade bei Hayley. Sie hält ihn für dich hin. Super! Ich hoffe, er sagt mir, wie ich meinen Aufsatz schreiben soll. Den hast du noch nicht fertig? Also, da ich schon die Zusage der ESU habe, könnte ich dir helfen. Nein! Du machst schon mehr als genug. Und wenn du mich ins College bringst, kann ich mir das dann ewig anhören. Ich finde den Fluganzug irgendwie schon ganz cool, muss ich sagen. Hey! Bleib weg von der Nimmo! Das ist die Spinne! Auf ihn! Das ist die Spinne! Auf ihn! Ja, es betrifft ihn! Das ist die Spinne! Ja, ich habe mich relacioniert! Warum können wir die Leute nicht in Ruhe lassen? Ah! sehen wir uns mal den vip in der limo an hat gerade sein bein verloren jjj ich hab's gewusst in ordnung mr james bringen wir sie ins kantenhaus ich liebe es den humor und alles manches ändert sich nie bei der geschwindigkeit kann ich eh keiner fotografiert das spiel ist fantastisch bis jetzt übrigens und es wird weiter fantastisch bleiben es ist so gut einfach ich lieb es direkt wieder direktorin evans hallo ja ich bin es peter parker tut mir leid es war ein notfall ich bin gleich da versprochen ich sehe sie besser in zehn sekunden sonst nein schlecht war der humor ach ja es bei dir ist es halt schwer mit privatleben und super hält ist es gerade weg er sagte was von urlaubsreise was das ist unglaublich haley und während du weg warst habe ich erfahren ich kriege das rand stipendium ist das dein ernst bro das ist wie ein vollstipendium ein großer tag für alle aber echt was verpasst oh man ich kann das nicht sehen aber ich kann auch nicht wegschauen direktorin evans ja dass sie sich hier blicken lassen ich weiß es sieht nicht gut aus es tut mir so leid sieht mir jetzt nicht gut aus ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich wollte das wirklich nicht und es wird nie wieder vorkommen ich habe genug davon keine ausreden mehr ihr job ist es die schüler zu beschützen nicht sie im stich zu lassen sie sind gefeuert oh nein alter du bist spiderman muss schwer sein einen job zu behalten aber ich werde das kriegst du schon hin wie es bei miles einfach alle wissen schon ja peter war lehrer an der schule von miles schule das ist nicht viel geld aber besser als nichts das ist robbie robertsons zeitung wir waren früher beide beim jürgen ich glaube ich weiß was ihm gefällt dankemals kein problem vielleicht schicke ich noch welche wenn ich zeit habe wie sagte immer zeigt mir nicht die stadt zeigt mir nur noch der arme peter sieg er war für sieg lehrer schwingen schwingen na bitte auch cool das bei frisbee spielen schwingen so jetzt noch einsenden und peter wie läuft's bei dir robbie hi das kommt jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet aber ich wollte dir nur sagen dass ich ein foto bei euch eingeschickt habe wunderbar damit können wir was anfangen ich muss zum meeting aber wenn du die new yorker atmosphäre noch irgendwo anders einfangen kannst schick es her schön von dir zu hören gleichfalls robbie danke euch lieb so man kann wieder so viel machen einfach das schön das distrikt fortschritt erzielt indem du little odessa verbrechen gestoppt aktivitäten abgeschlossen hast aber gucken mal bei belohnungsstufen die zweite stufe erlaubt ihr schnell zu reisen oder schnell reisen innerhalb eines distrikts zu benutzen scroll über den distrikt um deinen fortschritt zu verfolgen und sich sie regelmäßig auf der karte nach um gelegenheit zu entdecken wie du new york helfen kannst erkunde die stadt um aktivitäten in der nähe zu enthüllen und sie deiner karte hinzuzufügen zuzufügen nice ich bin eben gerade durch den zaun durch geschwungen warte hier ist es doch was denn das da perfekt sehr gut wir sind jede woche hier alles klar es ist so geil man kann wieder so viel machen ich liebe es ich liebe es so was aber hier beschreibung mit aus bei der sturm drücke l und dreieck um dich nach vorne zu katapultieren den gegnern schaden zuzufügen und hier der katapult sprung den holen wir erstmal ich habe keine punkte ich hatte nur ein egal meine großmutter sprach immer davon sie ging jeden sonntag über die brücke um das frischeste gemüse der stadt zu kaufen aber einmal kam sie zu spät und der typ vor ihr kaufte alle tomaten so lernte sie meinen opa kennen ja ja wenn jetzt alles kommt ihr habt schon einiges verpasst das intro war schon sehr geil aber ihr könnt es ja im nachhinein das video die schauen ihr habt also auch wieder nichts verpasst aber es war halt wie man es kennt von spiderman sehr pompös am anfang ich sag mal jetzt bescheid wenn wir es brauchen warte mal da ist noch etwas neues scusi da war gerade eine schleuder alles was zu bedeuten ach guck mal ja haha voll ein ersatz anzug das ist halt praktisch wenn er irgendwas über das wasser muss ist voll geil das wird auch so der action mit malz zusammen starten kann ja gut ah selbst der netzreiz aber gegner ja egal klingt nach einer guten ausrede um ein spider mobil zu bauen haha ja man das ist so geil auch noch so awkward und lustig und ich liebe es einfach schöne sache schöne sache so wollen wir es mal den anzug an ne ich will nicht da hin ballern oh oh noch aktivitäten hier ne ups wiii oh hat einfach mal überall anzüge liegen oh wie geil du hast eine stadtmarke halt mit stadtmarken technik teilen und anderen ressourcen kannst du neue anzüge kaufen ich kann sogar die farbe ändern du kannst für deine anzüge auch neue varianten herstellen stelle die varianten für den verbesserten 2 0 anzug her anzüge mit varianten besitzen zusätzlich zur original ausrüstung 3 alternative varianten das ist der äh der in den schwarz roten der ist cool vorbei immer den gelben so kennt man spider mann gar nicht hier äh klassischer anzug Scarlett 3 anzug und nochmal ein verbesserter anzug er hat mehr details an den seiten seht er ja sehr schön und miles hat auch noch das nimmt kein ende wie geil das spiel einfach ist so der track anzug der ist doch nice äh rüste eine anzug variante aus hoppala hey mj hey ich wollte dir was in deine wohnung bringen ist die hintertür offen keine ahnung ich musste heute früh schnell weg ich treff dich einfach dort ok cool sind miles und du gut in die schule gekommen jep jep was für ein erster tag für dich was ist das denn hoffentlich ist morgen weniger los ja das wird es sicherlich bis gleich dann was ist schlimmer als gefeuert zu werden als seiner freundin zu beichten warte mal ja ok das ist nicht wirklich scharf das Motiv aber egal ja ok das ist nicht wirklich scharf das Motiv aber egal oh sieh mal an zugegeben ich bin zuerst wegen all der Artikel über seine neuen Geschmacksrichtung hingegangen aber wegen der traditionellen Rezepte komme ich immer wieder Klassiker haben ihren Ruf meist aus gutem Grund warte mal ist das etwa Flugstrecken ja komm wir machen es verbrechen ich wollte jetzt mal gucken ob das sind das Flugstrecken Hi Hi Verbrechen Braucht ihr vielleicht jetzt was Hilfe bis zum Schluss da ist er da oben Ein Kinderspiel für die Spinne aus der Nachbarschaft. Ah, das ist wie so ein Windtunnel hier. Wie geil. Oh, das ist doch fett. Und wie gut das ineinander passt immer vom Schnitt her und allem. Hammer. Der Verkehr war furchtbar. Das ganze Chaos vom Sandman. So langsam gefällt dir das Teil wohl. Ja, es ist in der Stadt praktisch. Aber ich bin wohl nicht so der Biker-Typ. Aber mein Typ. Was ist? Bin gefeuert. Du warst doch so begeistert von dem Job. Ich weiß. Ich hatte schon das Semester geplant. Wir wollten nächste Woche ein Heli mit Kartoffelantrieb bauen. Tut mir so leid. Dann sind wir jetzt vielleicht bald beide arbeitslos. Macht Jonah schon Hausputz? In etwa. Er gründet eine radikale Leistungsgesellschaft. Ach, was heißt das überhaupt? Das heißt, dass jeder, der nächste Woche keine Titelstory schreibt, er feiert wird. Na, dann bist du ja fein raus, weil du die Beste bist, die sie haben. Was ist da drin? Unverkaufte Simcaria-Bücher. Bei mir ist kein Platz mehr. Aber du hattest doch gute Kritiken. Und 14 verkaufte Ausgaben. Niemanden interessiert Simcaria. Der Bugel hat den größten Absatz in der Stadt. Dort kann ich etwas bewirken. Aber wenn ich gefeuert werde, weiß ich nicht, was ich tun soll. Brauchst du den Bugel überhaupt für das, was du tun willst? Ich wollte von außen etwas bewirken und... 14 Ausgaben. Ich muss die Dinge von innen heraus verändern. Ich hab noch nicht aufgeräumt. Hinterzimmer? Ja. Ich räum mal ein bisschen auf. Ja, wo anfangen? Oh je. Peter Parker, 15 Ampham Avenue, Forest Hills. Ist ja egal. Über die Kontoauszug. Überfälliger Betrag 4.764 Dollar. Boah. Laufende monatliche Zahlung 4.419 Dollar. Überziehungsgebühr 344 Dollar. Alter. Aufstehende Forderung. 494.000 Dollar. Ja, ich meine, er ist 25, ne? Also das kriegt er irgendwann vielleicht, vielleicht abbezahlt. 277 Monate. Das sind... Äh... Äh... Das sind... Äh... 22... Ja, 22 Jahre. Sindsatz 6,89%. Alter Schwede. Der Hypothek wollte May Feast retten. Jetzt hab ich's schwer. Ja, und May ist ja leider tot, ne? Oh Mann, das wollte ich so gern spielen. Mir fehlt dafür nur die Zeit. Beat Nonagon. Wieder das ist nicht aufräumen, was du gerade machst. Sag's ja nur ungern, aber... Da sind doch die Fliegen dran. Ich hoffe, du schmeißt das nicht weg. Das ist gutes Obst. Und wenn du das Haus verkaufst? Das... geht nicht. Ich könnte schon, aber... das geht nicht. Der schmeißt das jetzt nicht weg, das gute Obst. Mein Gott, ey. Er wird mich nicht feuern. Ich weiß, wie viel dir dieses Haus bedeutet. Wir kriegen das hin. Du bist zu gut für mich. Ey, dafür, dass er so ein Body hat, in der er sich aber auch wie sauer anscheinend. Aber ist ja alles übernatürlich. Das hatten wir doch schon. Ich muss in der Stadt sein, in der Nähe des Geschehens. Aber hier könnten wir so schön zusammen essen. Wann hast du denn das letzte Mal zu Hause gegessen? Hast ja recht. Kann ich zu ihr reingehen. Was ist das? Doch. Ist das alles von May? Ja, ich muss es spenden, aber... noch nicht. Was hast du da? Ein paar süße Fotos von dir. Die habe ich lange nicht angesehen. Ich glaube, das war in meinem Zimmer. Warum hat sie es fotografiert? Gleichgewicht. Was soll das heißen? Ob es wohl noch da ist? Ich schau mal nach. Hast du das gerade in die Tasche gesteckt? Ich schaue mir hier die Fotos an, die du mir nie gezeigt hast. Oh, das schöne Haus. 500.000 ist richtig krank viel. Hier will der im Monat 4.400 Dollar bezahlen. Ich meine gut, New York ist alles teurer. Man verdient aber auch mehr Geld. Dass sich das so ein bisschen ausgleicht wahrscheinlich. Aber er wohnt ja wohl in Queens, ne? Das ist schon echt krank. Will Ben. Oh, komm mal, die Spider-Man-Figur. Kommt hier, huh? Ja. Amazing new hero or vigilante? Spider-Man, ist eine Gefahr oder Bedrohung? Rufen Sie uns an. Bedrohung. Definitiv eine große Bedrohung. Ich erzähle Ihnen mal was mit dem angeblichen Superheld. Ist weder Super noch ein Held. Also, was ist der? Ein Betrüger? Jemand, der Aufmerksamkeit will? Was war das? Was war was? Peter. Oh, ich, äh, ich dachte, da wäre eine Ratte in der Wand. Hey, was? Was ist los? Nichts. Ich war nur... In deinem Alter habe ich den Debattier-Club geleitet. War Kapitänin der Fußballmannschaft und zweite Geige im Orchester. Wow. Busy. Jedes Jahr wollte ich wieder etwas Neues erreichen. Aber als ich auf die Liste der besten Schülerinnen wollte, ging nichts mehr. Anstatt in ein paar Dingen gut zu sein, war ich in gar nichts gut. Also habe ich zurückgerudert. Gleichgewicht ist eine lange Reise und nicht das Ziel. Ich glaube, es ist auch kurz nach dem ersten Teil, als May gestorben ist, ja, am Ende. Ach, wie süß die beiden. May mag recht haben. Es ist einfach zu viel. So kann es nicht weitergehen. Ich sollte nach MJ sehen. Das ist alles so... Guck mal, ich habe auch übrigens so eine Box mit Kabeln drin, aber die sieht nicht so aus. Oh, der hat sogar eine Playstation hier stehen. Ja, das ist ja die Geschichte von Spider-Man. Der hat immer Struggle mit seinem Leben und mit der Arbeit und, ne, also Privatleben. Oh, May. Was für eine Brille. Boah, das sieht so schrecklich aus. Onkel Ben, du siehst gut aus. Die kurzen Haare stehen ja am besten. Ach ja. Wie gesagt, Peter hat echt ein beschissenes Leben. Und wenn man Spider-Verse kennt, na ja. Ist ja nur eine von vielen Dimensionen, was da passiert, aber trotzdem ist es halt echt ein bisschen traurig. Eben fällt da die Treppe runter. Hey, bitte. Reft verlegt morgen ein paar Insassen zur Beurteilung nach Ravencroft. Weißt du wem? Nein, aber das finde ich raus. MJ? Harry! Harry! Die Ärzte haben mir noch keine MJ-Umarmung erlaubt. Sorry. Harry. MJ-Umarmung. Kreuzbruch. Ich dich auch. Hab das von May gehört. Tut mir so leid. Und wie war Europa? Es tut mir leid. Ich wurde isoliert behandelt hier in der Stadt und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ist das das gleiche wie bei deiner Mom? Es war. Vergangenheit. Es ist wohl in Remission. Harry, das ist... Unglaublich. Du siehst toll aus. Ich fühl mich auch toll. Ich muss zur Arbeit. Abendessen morgen? Coney Island? Wie in alten Zeiten? Abgemacht. Das ist neu. Ja, das hat sie gelernt, als wir in so einem Carrier waren. Sorry, dass ich einfach so vorbeischneie. Nein, nein. Willst du nicht reinkommen? Eigentlich hab ich gehofft, du hättest Zeit für eine kleine Spritztour. Klar. Krass, dass der Billigflieger noch auf der Straße ist. Ich dachte, wir könnten rumfahren wie früher immer. Ist das mein altes Fahrrad? Nee, hab's im Internet gefunden. Sieht fast gleich aus, oder? Wow. Tja. Es hat sogar die gleichen Aufkleber und alles. Und es ist echt nicht mein Fahrrad? Bereit? Ah, ich find's schön, dass es auch solche Momente hat, wo nicht nur Action ist. Ganz sicher, dass du das schaffst? Oh ja, mir geht's gut. Der Stock ist nur eine Absicherung. Ich brauch ihn eigentlich gar nicht. Ich glaube, du hast mehr Energie als ich. Dann erzähl mal. Was hast du alles so getrieben? Ich war Vertretungslehrer. Mit Betonung auf wahr. Und ich helfe einem Highschool-Schüler. Er ist was Besonderes. Glückspilz. Ohne deine Hilfe hätte ich die Mathe-Prüfung nie bestanden. Ich hab von deinem alten Boss gelesen. Dr. Octavius. Das war bestimmt verrückt. Das kann man so sagen. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Harry, warum hast du nicht gesagt, dass du krank bist? Ich wäre sofort gekommen. Der Anblick hätte dir nicht gefallen. Die Behandlung war schrägend. War drei Jahre lang in einem Tank voller Heilmittel. Ich hatte immense Albträume. In einem Tank? Oh, experimenteller Kram. Das ist heftig. Tut mir echt leid, Harry. Los jetzt! Das Tor geht zu! Moment, das ist die Mütter und High. Ist das also unser Ziel? Ich sag weder ja noch nein. Äh... Warte mal, wie die Wahnsinn liegen. Guck nicht immer auf die Straße. Die werden so schnell geklaut, die Fahrräder. Und seine Kumpels meinen Laptop geschrottet haben? Die Präsentation war weg. Die für den Jungunternehmerwettbewerb. Daran haben wir Monate gesessen. Und das Landestreffen war am nächsten Morgen. Ich hatte ein Backup auf einem Steg. Aber der lag in deinem Spind. Wir haben die Schule angerufen und gebettelt, uns reinzulassen. Aber die sagten nein, weil es so spät war. Wir waren so verzweifelt, sind um die ganze Schule gerannt. Und haben jede Tür probiert. Bis wir zu der hier kamen. Warte, was hast du? Wir mussten sie aufhebeln. Boah. Was macht der Kerl? Wollen wir? Die Luft ist rein. Komm. Wie der damals aussah. Sicherst du dich einfach? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, warum die hellere Stimmen haben. Die waren noch schon im Stimmbruch. Also, danke schön, Rexi. Lieb von dir. Sorry, wenn ich nicht viel im Chat interagiere. Ich will die Stimmung nicht so killen für YouTube. Bei den Horrorspielen am Sonntag, das stream ich wieder. Da ist es anders. Und sich das Spiel anhören. Zeig uns den Rookie des Monats, Junge. Du wirst für eine Ewigkeit in diesem Team sein. Laufen wir durch. Warte. Wer sieht uns? Dieser Dabbel ist die Rettung. Dieser Mann meint es ernst, Leute. Wir sehen noch viel. Die wollen sich jetzt nicht in der Wagen verstecken. Das hätte ich gemerkt, dass das jetzt... Ich mag die Farbe. Ihr einziger Kritikpunkt war der Name. Sie meinte, wir sollten sie Heilung der Welt nennen. Oh mein Gott, das ist perfekt. Oder? Dein Spind ist in der Nähe der obersten Treppe, oder? Runter! Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Wir trennen uns. Treffpunkt Turnhalle. Harry mit seinem Hipster Beanie. Wir haben Ärger. Wir haben Ärger. Hilfe. Oh, oh. Nein, ich hab nichts mehr. Ach stimmt, hier brauchen wir auch eine Netzflüssigkeit, ne? Wo bist du, du Mist, Karl? Ist ja bei jedem Spidey irgendwie anders, aus jedem Multiversum. Ich frag mich nur, wie das mit den Schuhen funktioniert. Moment. Im Fotolabor habe ich noch mehr Netzflüssigkeit. Das ist noch neu für mich. Ich muss mir die Flüssigkeit besser einteilen. Er muss hier irgendwo sein Leben. So dann. Hoch. Ach so. Ich wünschte echt, ich hätte ein Online-Backup erstellt. War eindeutig ein Schüler. Den Geist von Midtown gibt es nicht. Lächelt der die ganze Zeit? Oder lächelt die ganze Zeit? Oh nein. Der hat mich schon längst sehen müssen. Ach, hier muss ich rein. Okay. Lüftungsschächte. Wie für Spinnen gemacht. Auch cool, dass man so das Schleichen wieder lernt. Obwohl das euer Vorgänger alles schon hatte. Okay. Wo habe ich die Netzflüssigkeit gelassen? Ein wenig Heldenverehrung geht schon in Ordnung. Ja. Wie treffe ich die Punkte nicht so? Ach ja. Hey und Hi. Ach, der kleine Peter. Hier ist you. Dr. Octavius hält nächsten Monat einen Gastvortrag. Ich sollte mir schnell eine Karte besorgen. Hallo? Ich weiß nicht, wie ich da drauf gucken soll. Ich weiß, ich habe sie irgendwo hier drunter gelegt. Boah, dieser Typ, der ist anstrengend. Geh weiter, geh weiter. Jetzt nimmt er den Löffel, den ich über die Schwestfick packt. Ding, 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 ding. Okay. Jetzt noch richtig zusammenwischen. Warum zischt und brodelt das eigentlich? Abschauen. Mein Rucksack, den hatte ich ganz vergessen. Ich sollte mir sowas lieber aufschreiben. Der hat überall Rucksäcke und Sachen versteckt. Ich kann dem Kerl nicht hinkommen. Ich muss ihn ablenken, um hier rauszukommen. Ich mache mich aus dem Staub. Er ist aber auch ganz schön verschwenderisch mit dieser Netzflüssigkeit. Ich muss ihn von der Tür weglocken. Sorry für das Chaos, Rick. Okay. Jetzt kann keiner mehr sagen, dass es hier nicht spucht. Kein Geist. Nur eine Spinne. Natürlich, das ist Beanie Harry. Alter, ich dachte, du wurdest erwischt. Schnappen wir uns den USB-Stick und hauen ablos. Durch die Turnhalle. Es ist ja besser bewacht als eine Bank hier. Das wieder. Achso. Hat sich nichts verändert. Nur, dass uns niemand auf den Fersen ist. Das heißt, wir haben Zeit für ein paar Körbe. Achso. Wenn du dabei bist? Die Frage ist, bist du es? Beweis es, Großmaul. Aber du denkst. Ich möchte dich nicht lernen, mich zu überprüfen. Was ne Hochschuld? Nicht diese Shipplitzen sind soStep1, die ... Vers robots für Körbe! so вот wird viel Arbeit Vielen Dank. Vielen Dank. Was haben wir denn? Oh, Controller, Sprecher. Machen wir mal aus. Ich höre den Gamepad eh nicht. Sprachverstärkung. Ah, okay. Dialoge im Spiel. Oh, das hätte ich mal früher machen können. Dernica Podcast und JJJ Podcast. Streaming-Modus. Ja, hätte ich mal machen können, ne? Aber ist das jetzt auch drin oder? Das ist wieder zurückgestellt. Hochfrequenz Limit. Okay, okay, okay. Das finde ich cool, dass wir das drin haben, die Sprachausgabe für Gebärdensprache. Weil, ja, die eine ist ja auch Hauptsturm. Ich weiß ihren Namen leider nicht. Eine Mädchen. Was meinst du, wo der Wachmann ist? Bestimmt noch im Ostflügel. Holen wir den USB-Stick aus deinem Spind und weg hier. Wie gesagt, das Ding ist besser bewacht als ne Bank, diese Schule. Das ist aber schon tolle dekoriert, die ganzen Balance. Das ist nicht günstig. Die Schule muss schon Geld haben. Homecoming. Schnell, geht da drunter. Hat der nicht gehört gerade. Ich muss zum Aufzug locken. Ich habe diese Etage dreimal überprüft. Das ist eine verdammte Gänsejagd. Eine Gänsejagd. Ist da jemand drin? Was ist da los? Es gibt keine Gebärdensprache im Spiel. Der wird halt beschrieben. Das ist der falsche Weg. Lacht oder geht durch Tür oder sowas. Macht das nicht an. Das bringt nix. Das ist wie Audio... Wie hast du das? Ja, Dings. Na los. Nimm es. Da beschrieben wird, was die Akteure gerade machen. Das ist nicht die Art von Nostalgie, die ich mag. Kriminell hier. Die haben auch gleich aufgegeben. Ich laufe den nicht nach. Wir müssen bloß durch diese Türen. Fast geschafft. Aufmachen, Polizei! Ich habe die Cops gerufen. Jetzt kriegt ihr Ärger. Lauf! Aber... Halt sie noch kurz zu. Ich habe eine Idee. Was soll ich tun? Mich schnappen lassen. Warte. Fast vergessen. Oh nein! Nein! Na toll. Haben Sie uns verständigt? Ja. Die sind hier irgendwo. Okay. Ihr zwei schwärmt aus, während ich seine Aussage aufnehme. Was ist die jetzt alle? Ich muss den Bachmann allein erwischen, um den Stick zu bekommen. Sie sind irgendwo hier drin. Wir suchen sie, aber wir brauchen ihre Aussage. Was haben Sie gesehen? Also, Rightfield Rick. Das ist der Hausmeister. Hat Geräusche gehört. Aber er verhält sich bei sowas manchmal komisch. Komisch? Im Sinne von lustig, oder? Ach, er zieht voreilige Schlüssel. Er glaubt an einen Geist hier in der Schule. Aber das ist kein Geist. Nur ein paar Bengel. Also, mehr als einer? Ich... Wow! Was haben Sie wirklich gesehen? Haben Sie... Was war das? Boah, boah. Gut. Jetzt muss ich nur noch den letzten ablenken. Ich bin gleich zurück. Er ist allein. Und jetzt präsentiere ich den Kopf über Taschendieb. Diese Bengel denken, ich hätte Zeit für ihre Streiche. Gary wartet bestimmt mit Popcorn und einer Tasse von meinem Lieblingstee auf mich. Aber nein. Ich muss hier einem Haufen hormongesteuerter Querulanten hinterherjagen. Gut. Damit komme ich direkt über ihn. Ich will nicht mal daran denken, was ist, wenn das keine Schüler sind. Geschafft. Was war das? Wie soll ich jetzt von hier wegkommen? Oh Gott. Der Rick rollt sie gerade. Wie geil ist das denn? Never gonna turn around and desert you. Alles okay? Verstecken wir uns. Das sind nicht die Cops. Das ist mein Dad. Das ist mein Dad. Ich wusste es. Das sieht mehr aus wie Trump, als wie, naja, Christopher Walken. Dad, ich wollte doch anrufen, wenn ich zu Hause bin. Ah, nicht. Yeah, Willem Dafoe meine ich doch. Deine Mutter. Was ist los? Peter, entschuldigst du uns einen Moment? Nein. Harry, was ist das? Ich glaube ja immer noch, dass unsere Präsentation gewonnen hätte. In den letzten zehn Jahren ist viel passiert. Ein Wunder, dass ich jetzt hier sitze. Ich habe eine zweite Chance. Und die werde ich nutzen. Aber ich brauche dich an meiner Seite. Wow, das ist ganz schön viel auf einmal. Komm doch morgen mal ins Labor und sieh es dir an. Du hast ein Labor? Ich zeige dir meine Ideen. Dann können wir weiterreden. Okay? Klar. Pete, wir werden die Welt heilen. Und bestätigt. Strikeforce K1 im Anflug. Statusmeldung. Die Villa und die Arena sind fast fertig. Aufklärungseinheiten melden. Sandman ist uns entkommen. War Mr. Negative nicht tot? Nee, den haben sie eingebuchtet, oder? Dann war er nicht der Richtige. Verstanden. Ich erwarte Befehle, Sir. Bereiten Sie sich auf die Versetzung vor. Und versagen Sie nicht schon wieder. Mein Name ist Miles Morales. Und mir ist schon langweilig. Hey Miles, hast du zu tun? Ich brauche... Was es auch ist, bin dabei. Ich brauche Hilfe beim Babysitten im Red. Klingt gut. Sag's mir unterwegs. Die Sache, die Jungs sind so nachlässig. Was wäre, wäre er jetzt nicht alleine gewesen in dem Call? Die haben aber nicht am Laptop gesessen. Stimmt, sein Vater ist ja gestorben durch Mr. Negative. Wie läuft's mit dem Aufsatz? Ganz, ganz gut. Ich muss aber kurz mal weg. Pete braucht mal eine Hilfe. Wir wollen nur... Ich verzichte lieber auf die Einzelheiten. Mach dir keine Sorgen mal. Einen Moment bitte. Du hast doch in letzter Zeit abends öfter mal länger gearbeitet. Genauso war es bei mir auch. Naja, nicht wirklich. Oh, sie hat einen neuen Freund. Ich stecke nicht in Schwierigkeiten. Es ist nur... Ich war ein paar Mal aus. Bates, eigentlich. Ach so. Und da ist dieser eine Mann, den ich ein paar Mal traf. Und es... Naja. Es läuft gut. Ma, was willst du mich fragen? Ich würde ihn gern einladen. Zum Pastelon. Ich kann bestimmt irgendwelchen Spinnenkram machen. Damit ihr allein sein könnt. Nein, ich möchte, dass er dich kennenlernt. Und dass du ihn kennenlernst. Aber wenn dir das unangenehm ist, verstehe ich das. Bei Pastelon bin ich immer dabei. Der Vater ist jetzt auch schon ein paar Jahre tot, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit vergangen ist. Nee, eigentlich nicht. Also das Spiel... Das erste ging ja... Ich weiß nicht, ein halbes Jahr. Ich sollte zum Raft. Vielleicht können mir die Windkanäle helfen. Yeah. Das ist doch cool. Ab in den Aufwind. Langsam habe ich den Dreh raus. Mega geil. Das ist eigentlich voll die gute Neuerung. Auch wenn ich es am Anfang nicht so pralle fand. Ich schicke mal die Aussicht. Der Wind ist einfach cool. Hey Miles, ich bin gleich beim Raft. Bist du auf dem Weg? Aber klar doch. Wen sollen wir Babysitten? MJ hat gestern den Tipp gekriegt, dass Scorpion nach Ravencroft verlegt wird. Die Ressourcen werden knapp. Seit Sandman bei ihm ist. Scorpion rastet manchmal richtig aus. Ich werde da sein. Aber was ist hier los? Kann ich euch auch fotografieren mit Miles? Kann ich sogar. Das ist gut. Bei all den furchtbaren Dingen, die in dieser Stadt verschieben. Hey, noch einer von Markhaus Erinnerungskristall. Ich sollte mich drum kümmern. Interessiert mich? Ich drücke ihn einfach weg. Wow. Wart mich nächstes Mal vor. Himmel. Können wir nicht darüber reden? Was hat der zu sagen? Mal sehen. Jemand beobachtet das Kimia. Aber macht dir keine Sorgen. Das ist mein Job. Jemand hat also Marco überwacht. Und wer ist Kimia? Hey, Freunde. Hier spricht Danica. Ihr hört den Danica's. Den haltet euch fest. Am schnellsten wachsenden Podcast in New York. Zieh dich warm an, Jonah. Ich schnapp mir die Krone. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer. Im Danica's bekommt ihr echte Meinungen zu echten News über echte Leute. Habt ihr von Dennis gehört, diesen Bahnmitarbeiter, der während des Netman-Angriffs ganz allein die Übernahmen laufen verhalten hat? Na, ich will doch... Der Hauptstrecke hatte keinen Strom. Er musste sich per Handy über einen Hotspot einklinken, um das Netz in Betrieb zu halten. Dank ihm konnten tausende Menschen... Oh, sorry. Ich dachte, sie redet weiter. Na ja, wenn ich reich wäre, würde mir das Panorama aufgefallen. Ich hätte zwar auch Angst, dass ich die Bälle vom Dach spielen würde, aber sie können sich's sicher leisten. Upsala. Woll ich machen? Wann passiere ich? Ich krieg dich, Spider-Man! Waffen-Deal unter freiem Himmel? Oh-oh. Reicht dir, Kass. Kein Deal! Hol mich raus! Hol mich! Ich wollte das nur machen und jetzt gibt's aus dem Maul. Ich mach dich alle! Ich mach dich alle! Okay, wir schaffen das! Er hat aber... Das wird hässlich. Los geht's! Feuer frei! Ich kann mich kaum bewegen! Um die Ecke steht ein Krankenwagen. Ich bring dich hin. Danke. Hoffentlich bin ich nicht zu schwer. Doch. Viel zu schwer. Lauf! Wir sind gleich da! So. Und Entspannung. Du bist hier in guten Händen. Du bist ein echter Held. Danke. 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 war knapp nur für die playstation aktuell anscheinend gerade rechtzeitig das scorpion oder immer weiter gargen bereit für die nächsten die nächsten ich dachte wir babysitten heute nur scorpion der penner bei 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 Sind die Anzüge so angeschrubbert? Ein bisschen früh für Feuerwerk. Wir müssen los. Rot, Gelb. Wenn diese... Schauen Sie, dass die Gefangenen sicher sind! Ich übernehme links. Schützen Sie das Schiff! Bei mir vor mir! Alter! Ist das eine von Craven, oder? Ja klar! Schweren Angriffen kannst du nicht ausweichen. Barriereschwere Angriffe, wenn die Warnung von Gelb zu Rot wechselt. Wow! Klingen sind scharf! Ihr seid wohl neu hier! Ich bin Spider-Man! Sollte ihr es nicht wusstet! Das sind ganz üble Typen! Die sollten schön im Knast bleiben! Mach, dass du wegkommst! Das geht dich nichts an! Na gut! Überspringen wir die Begrüßung! Schaut hoch! Lass euch nicht einnehmen! Wer zum Teufel sind die Typen! Ich dachte, ihr wüsste das! Wir geben dir... Sie dürfen nicht nach links! Okay! Die Abwehr ausschalten! Überwältigt die Wachen und brecht die Türen auf! Abstand! Achtung! Sie versuchen ins Schiff zu gelangen! Sie wollen Skorpion und Lee! Wir müssen sie stoppen! Was wollt ihr überhaupt mit denen? Euer Club hat doch offenbar genug Mitglieder! Das wirst du schon sehen! Es wird glorreich! Das klingt überhaupt nicht gut! Das nimmt kein Ende! Ihr Insekten hättet euch raushalten sollen! Ein weit verbreiteter Irrtum! Spinnen sind gar keine Insekten! Aber das tut jetzt vielleicht nichts zur Sache! Freie Stimmen! Weiter kämpfen! Geht's weiter mit Deckung! Konzentration! Sie dürfen nicht zu den Gefangenen! Was ist er denn? Ach da! Sau mal! Au! Ihr Pissviecher, diese dummen Adler Drohnen. Teile, los! Siehst du die Typen? Sieht noch viel Geld und Technik aus. Ja, die machen alle halben Sachen. Sie wollen wohl unbedingt das Skopje. Oder Lira. Oder beide. Wenn diese Typen wieder frei kommen... Konzentrier dich, Spider-Man! Wer seid ihr eigentlich? Feuer kommt hier überhaupt! Eins muss man ihnen lassen. Sie wissen, was sie wollen. Wir sind Fieler und wir kämpfen vereint. Ziele sind visiert. Spider-Man, Fieler! Wir kriegen sie schon klein. Warum wussten wir nicht, dass sie nie verlegen? Spielt jetzt keine Rolle. Schalten wir diese Typen aus. Wer auch immer sie sind. Am Sonntag Cheesy Pizza übrigens. Was jetzt? Da kommt auch wieder andere Horrorspiele am Sonntag. Wir müssen das Schiff befeinden. Ja, das schafft ihr jetzt nicht mit den Händen. Ich habe keine Ahnung, ist das nicht hier? Ich weiß auch nicht, aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Rumschaden! Mayday! Mayday! Die Leute da drin ertrinken! Ich versuche weiter, diese Dinger rauszukriegen! Weil König Arthus sah das so leicht aus! Lustig, dass bei Weitem einfach das Spider-Man da steht. Ich schaffe das! Da sind noch mehr Leute drin! Ich kümmere mich um sie! Spider-Man, du musst nach oben! Sobald ich alle hier raus habe! Alles klar da drin? Ich versuche rauszukommen und suche nach Zivilisten. Sieht nicht gut aus. Was ist da draußen passiert? Sind die Wachen in Sicherheit? Hallo? Kein Anfang. Lass mich sputen. Oha! Das wird da draußen immer schlimmer. Ist da jemand? Skorpion ist dann gekommen! Und hat mich hier eingesperrt! Ich hole sie raus! Komm schon! Ich komm anders rein! Stromzugang. Klingt vielversprechend. Ich hoffe, Pete hat Skorpion im Blick. Die Typen wissen nicht, wen sie da rauslassen. Bist du noch da? Bin ich! Versprochen! Komm schon, Notsturm! Sei hier! Die Kabel der Notstromversorgung. Super! Das Wasser steigt! Da kann ich nicht mehr zurück! Die Stromspannung hier ist stark! Sogar ich kann sie spüren! Sie darf nicht zur Wache gelangen! So viel Strom würde ihn glatt frittieren! Was hast du gemacht? Auf keinen Fall das Wasser berühren, okay? Ich muss die Energie ableiten! Oh shit! Oh shit! Hat er ihn einfach da dritten gelassen, aber... Ich wollte gerade sagen, er hat auch so fieses Gift. Gut so! Und das ist... Dummöglich! Nein! Dad! Das ist nicht echt! Wir haben Skorpion im Blick. Was zur Hölle? Hayley heißt er. Was soll ich machen? Wie lange kann er nicht die Luft anhalten? Was? Was? Oh mein Gott, ist das so sichtlich? Boah. Die Zeit läuft ab. Ah? 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 Oh nein! Dann kannst du dir die Luft anhalten bitte? Lass ihn verrecken. Jo, die holen die alle schon selbst raus. Halt die Schnauze, ey. Oh, Kettenblitz. Was ist das? Eine Venomkraft, ich kann sie kaum kontrollieren. Geht aus dem Weg. Spiderman, die haben Lee. Skorpion auch, ich bin hinter ihnen her. Miles, kommst du mit Lee zurecht? Ich kann auch zu dir kommen. Nein, ich pack das, bleib da. Bist du sicher? Geht auf dich in die Nähe meiner Familie. Nicht nach der Sache mit meinem Blät. Ich muss sie beschützen. Sie brauchen mich doch. Deiner Familie wird nichts passieren. Nichts. Du schaffst das. Bin bald wieder zurück. Ich schaff das. Schieß, Dummkopf. Ja, zieh sie runter. Jetzt ein Penner. Der soll absaufen. Der dumme Lee. Wir haben einfach mal das ganze Schiff zum Kenner gebracht. Ihr schreit ihr. Ja. Stopp die Spinne. Und holt euch Lee. Ihr bekommt sie nicht. Und du bist naiv. Sie gehören uns. Dann versucht's doch. Ja. 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 Neh. Ja, neh. Ja. 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 Passt auf. Ja. Keine Ahnung, wer ihr seien, aber das ist die falsche Stadt für euch. Du kannst nicht ankommen! Ich bin doch nicht naiv. Willst du mehr? Aua! Alter! Huch, Penner da oben. Der wird auf jeden Fall ertrinken. Da ist er der krasse Hunter, ohne Superkräfte, aber ist trotzdem der krasseste. Spider-Man! Jetzt ist es nicht mehr nur schlimm, sondern der East River brennt schlimm. Das ist... Wow, okay. Bin unterwegs. Skorpion ist später dran. Na los! Na los! Ich starte nicht! Ich helf dir! Los, halt dich fest! Ich starte nicht! Wow. Diese Action. Wie stark sind denn diese Drohnen, bitte? Sogar Eidecker diesen Riesencontainer. Nein, nein, nein! Die Schiffsschraube! Weg hier! Ich stoppe sie! Ich bin da, Leute! Ich helfe euch! Das ist so blöde Kuh, ey! Das soll ja zieht los! Lass mich in Frieden! Ich muss die Schraube stoppen! Solange die angreifen, kann ich die Schraube nicht einspinnen! Mach mal locker jetzt hier! Wir haben ihn! Wie oft muss ich es euch noch sagen? Nie bleibt bei mir! Der Ziel ist in Sicht! Hallo? Ah, du bist ja auch noch da! Oh nein! Dieser Penner! Mach ihn einfach totmals! Komm! Achtung, jetzt hält er selber die Schraube auf! Ne! Also Lee, mein ich! Ja? Du weißt nicht, was du mir genommen hast! Noch mal! Craven hat keine Superkräfte! Zerreißt ihn! Komm! Ich werde Blut sehen! Spiderman, du musst mir helfen! Awww! Enttäuschend! Enttäuschend! Einfach zerschreddern lassen die Leute und dafür Mr. Negative erledigen! Die Rettungskräfte sind jetzt zumindest vor Ort! Die Polizei sucht noch, aber es gibt keine Spur von ihnen! Und flussaufwärts? Nichts als Trümmer! Wer sind die Typen? Auf jeden Fall haben sie eine Menge Technik im Gepäck! Ja, das haben sie! Und auch noch Skorpion und Lee! Hey! Was auch immer sie vorhaben, wir finden sie und halten sie auf! Ja! Pete! Als ich Lee in dem Schiff gesehen hab! Meine Kräfte! Sie! Glaubst du, seine Energie hat sich mit deiner verbunden? Ich weiß es nicht, Mann! Es ist... instabil! Nein, sieht man nicht, weil es ist Spider-Man! Die töten nicht! Hey! Wir bringen Lee schon wieder zurück! Versprochen! Lass mich nicht hängen! Ich bin aber gerade schlecht drauf! Jetzt komm schon! Komm, Brow! Brow! Du bist echt ne Nummer! Die beiden sind schon niedlich, irgendwie! Halte durch, Miles! Oh, das Fähigkeiten-Menü! Hier kannst du deine ausgerüsteten Fähigkeiten wechseln! Kettenblitz, den lasse ich auf jeden Fall! Miles hat Kettenblitz und Venom-Schlag freigeschaltet, aber es könnte immer nur eins von beiden auf einmal aktiv sein! Puh! Das ist schwierig! Ich finde den Venom-Schlag bei den Sandviechern auf jeden Fall besser! Will ich hätten Blitz oder Venom-Schlag? Siehe nachher, meine Fähigkeiten! Ich lasse Venom-Schlag! Ja, Spidey! Aber nicht Miles! Miles ist ein guter! Und Spidey! Naja! Der ist auch gut! Ergisst immer, dass das nicht Spider-Verse ist hier! Oh! Oh! Sorry, Leute! Ich hol's euch nicht weg! Wir müssen doch nicht kämpfen! Ich bin mal, weil ich mal, was ist dir mitgegen. Ich bin mal geblendet. Ja! 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 Das ist das Spiel! Ja! Ich bin gerade im Spaß! Ja, Tobi. Aber es ist ja ein anderer Spider-Man hier. Versteht er? Ihr kommt mir mit Spider-Verse und wisst ihr aber nicht. Na, na, na. Ich brauche einen neuen Anzug. Ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder heiß auf einen neuen Anzug. Klassischer Anzug, Familienunternehmen... Ja. Ja, ja, ja. Oh, jetzt sieht er aus wie Dings hier. Wie der Onkel, ne? Oh, Peter hat sogar fünf Anzüge. Alter. Der ist mega, der Kummeranzug. Hybridanzug. Bam. Mega. Oh, was für geile Anzüge, alter. Okay, Aaron. Kein Satellitenfernsehen für euch. Nicht nötig. Außerdem müssen wir einiges klären. Ach ja? Bis bald, Kleiner. Besuch ihn und bring's hinter dich, Malz. Dann finden wir raus, wer Lee und Scorpion entführt hat. Ich hab das Gefühl, die Person hat was Großes vor. Ah! Geil! Brawler ist er, genau. Oh, dann, da. Hat? Und scharf. Super. Sag über soziale Medien, was du willst. Aber sie haben so vielen Läden beim Überleben geholfen, die früher einfach bankrott gegangen wären. Eine Überraschung! Es hat doch nicht Geburtstag! Aua! Ich versuch durch zu helfen! Fuck! Ich versuch zu helfen! Ich versuch ihn mit. Ich versuch ihn! Ich versuch ihn! der ganze ärger wegen eines christmas so also sage ich den polizisten dass jemand hinter uns her ist aber sie hören mir nicht zu das tut nie jemand ja meckerheul alle böse deswegen mache ich alle tot ich hätte ihm geholfen wenn ich von seinen problemen gewusst hätte ich habe gerade mit meiner quelle beim recht gesprochen marco war seit seiner ankunft auf krawall aus aber angeblich soll er anzeichen von besserung zeigen was immer du mit den kristallen anstellst mach weiter so das ist tauschen du wirst zu alt das spiel ist jetzt so hektisch ja es ist gewohnheit also ich bin auch nicht mehr tauffrisch aber ich finde es cool ein neuer tag eine neue katastrophe ich meine es mal nix sonst wird das wieder unterbrochen bei einem routine gefangenen transport mischten sich die spiderman in eine situation ein die längst von den zuständigen personen geklärt war und sie haben es komplett versaut so konnte eine neue söldnergruppe ihren ersten auftritt hinlegen und die superschurken scorpion und mr negative entführen bisher wissen wir eigentlich nur dass dieses neue kollektiv eine schwäche für tierkostüme hat aber eins ist klar die spiderman haben absolut nichts getan um sie aufzuhalten hätten die gesetze süder ihre arbeit machen können während die kriminellen jetzt nicht auf der flucht eine augenzeugin meldet sich bei uns hallo wir sind live das ist fies danke dass ich dabei sein darf ich wollte nur sagen dass ihre aussagen einfach falsch sind dann mal los ich war dort am pier die spiele spannender als spiderman spiderman haben unzählige leben gerettet und fast diese pfeil und bogenfreaks aufgehalten erstens haben sie glück dass sie noch leben und zweitens möchte ich fragen wissen sie wie viel sachschaden diese retter allein in dieser woche angerichtet haben nein aber darum geht es doch hier gar nicht ich habe keine zeit für solche weitschweifigen ausreden kriminelle unsere stadt täglich in schuld und arsche legen allein die lieferverzögerungen die zu erwarten sind wenn man unrasiert bleibt weil der lieblings rasierschaum in der lieferkette feststeckt kann man sich wohl bei den spiderman bedanken die büroängste müssen jetzt ihren job machen wir brauchen taten und ein paar worte unserer sponsoren wow perfekt für robbie einer tausend fortschritt ich glaube mal ganz kurz man sieht halt nix aber das ist ein kristall wir sind verbrechen brandeisenangriff ich habe hier letzte woche einen alten großmeister spiel jeder durfte ihn herausfordern und er hat gegen ein kind verloren das in meiner nachbarschaft sowas habe ich noch nie gesehen ja wow was soll das ganze angebracht nach einmal überdenken der flamme wollen dich nur beschützen lasst uns in frieden wir wollen uns euch nicht anschließen was soll denn hier für spinner sorry hier wird niemand gebrannt sie sind völlig verrückt spiderman pass mal runter nur unwürdige verfangen sich in netzen jetzt darf ich ja 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 ich würde auch die bonusziele mitmachen deswegen kriege ich manchmal so ein bisschen eine aufs maul aber passt schon zu einem krankenwagen die werden dir helfen oh gott ich danke dir ich werde das voll geil einfach mal damit machen mitzumachen ja ein backseat gaming danke na bitte jetzt wird alles gut sei gesegnet spiderman der steht nur da rum guck mal was war denn mit dem los der macht jetzt einfach mal nix an die zu irgendeinem kult ich sag lieber fies bescheid muss ich dann hin geräte höhenflug das finde ich ganz geil eigentlich was kann ich da upgraden mit äh hittersschussmaximum auf äh um eins äh ne eigentlich letztgreifer ist auch vielleicht ganz nett so und fertigkeiten habe ich auch noch vier punkte äh wenn im stoß ja wenn im sprint besser wenn im sprung ey das ist geil ja wenn im schlag erzeugt einen kegelförmigen kraftstoß vom primärziel aus der alle gegner die hineingeraten zurückwirft so was haben wir hier hoch prallen ah ok was haben wir dann noch doppelter netzleinen takedown wandschlag netz vom kombo looping halte beim abtauchen r2 weiter gedrückt um ein super kinetisches looping manöver auszuführen einen tempo boost zu erhalten wow ok das ist cool aber das ist bewegung das ist jetzt nicht so wichtig kombo auffüllen gewährt eine chance auf einen gratis gerätes schuss am ende einer vier treffer nahkampf kombo das erfolgreiche parieren eines angriffs eines leichten gegners bewirkt dass er die waffen fallen lässt das haben wir netzschuss parieren netzpeitsche oh das ist geil alte dreieck gedrückt um ein netz an der waffe eines gegners zu befestigen tippet an der 1 um die entwaffnete wache mit bucht zurückzuwerfen weil ja dann nehmen wir das auch mal das fondant bei der sturm und hier haben wir noch jo sind die hauptmission hauptmission mehr warte mal vielleicht oder ich mich tarnen kann mit nach oben drücken das wollen wir noch nicht gesagt glaube ich ja wie war das handy nochmal ach nach links genau feuerwerk auf dem dach feuerwerk ich sollte ihnen sagen dass das hier ohne genehmigung illegal ist bevor noch jemand die polizei ruft ich das schaffe oh oh ah nein es geht in die andere richtung von da oh mit netz leider kann ich wieder ein bisschen tempo kriegen das ist ganz nett waffenhandel das muss aufhören oh ha 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 ihr wollt etwas persönlicheres den Laden mache ich nicht das T4 Gegner mit einem Gerät zerquickst die Spinne runter ein Gerät Hallo ja wie haben ihn hallo ja ha ha oh Was ist denn ein Gerät? Du kannst nicht gewinnen, Spiderman, wir sind mehr, klar, lass sie nur kommen, ich bin doch fit, kein Entkommen. Mit einem Gerät? Hey Jungs, habt ihr auch eine Genehmigung dafür? Okay, ach Mike, ich wusste mit dem Feuerwerk stimmt was nicht, wird er es schaffen? Vor allem die Kids, guck mal, die sind bestimmt einiges älter als Miles, nur mal so. Was ist denn das? Nein! Aber die haben schon die Kranken, äh die Krankenware da liegen. So, das Personal hier ist super, du bist in besten Händen. Halte die Kids auf, das sind so diese Netflix Teenager, weißt du? Wenn so mit 20er Teenager spielen. Solltest du dir anschauen, woher wir es haben, bei den Docks nördlich von hier zwischen den zwei Brücken. Ich glaube, ich kenne den Ort. Ich seh's mir an. Hey, ich hab Mike abgeliefert. Er meinte, ich soll mal nachschauen, wo ihr das Feuerwerk her habt. Die Typen vom Dock? Gute Idee. Sei vorsichtig, zwei von denen hatten Waffen. Also richtige Waffen. Ich bin vorsichtig, danke. Alter, pass auf mit dem Fass. Wenn unsere Ware in die Luft fliegt, gehen wir leer aus. Willst du tauschen? Direkt ab Feuer. Kümmer du dich um die Waffen. Ich weiß, was ich tue. Miles kann Tarnung einsetzen, um unsichtbar zu werden, wenn seine Tarnanzeige voll ist. Die Tarnanzeige lädt sich bei Nicht-Benutzung wieder auf. Ja. Achso, Lauerträgt. Ah. Was? Alter. Uier. In dieser Linie. Innenistll. Alter. Da zu btera. Das war's wohl für mich. Es wird ein Treffer! iva. Kita Zell. Da zu bera. Auch. Au. Ja. Die Erkümmelung schlag zu ist auch die eigenen leute nicht abzahlen bist du denn hinüber spinne ja auf das boot feuerwerk noch zwei brennen ok letzte kiste richtig richtig ich hoffe mike hat das auch gesehen hier spaß euch noch in new york seid vorsichtig auf dem dach das mag zwar stimmen aber die sehr schön ne ich brauche erstmal keinen neuen anzug jetzt habe ich erstmal was ich brauche jetzt noch ein kristall ja ja habt ihr etwa auf mich gewartet aber ihr seid wirklich besitz ergreifen seit den kristall zu untersuchen werde ich ihnen folgen herausfinden wer sie sind ich lande in dieser verlassenen schule in harling und ich fange schon an das zu bereuen das ding ist der typ tut mir leid ja das ding ist ich verstehe es halt nicht warum macht er den ganzen scheiß wenn es ihm doch selber schlecht ging will er allen anderen schlechtes tun das wasser warum hupten die die können mich gar nicht sehen ich bin viel zu weit oben man hobt die aus prinzip man stifter man stifter egal machen wir später auch ich wollte ganz gut durchfliegen aber es war wohl zu viel ich habe noch ein bisschen schiss bei so einem schnellen rumschwingen ob ich da nicht immer gegen knalle da ist nur ein vogel oder so das tut glaube ich schon richtig weh okay und dem vogel natürlich noch mehr oh auf auf ups ich habe nicht genug geschwindigkeit aha das hatte verfolgungsjagd ah ich muss erstmal den photospot wichtig ja das wird gehen erinnert mich an einige leserbriefschreiber beim bugle und einige seiner mit das auto fährt schlangenlinien es ist spiderman fahr fahr nein du kriegst uns nicht oh die haben dieses tastengespammer rausgenommen finde ich voll gut eine tonne metall zum stehen gebracht das wird nie alt das wird nie alt okay mega ja müssen wir das wirklich mit der maske machen vielleicht ganz ruhig ich will nicht dass mein neffe mir nochmal in den hintern tritt dein dad hat mich immer genauso angeschaut nein Olsen jemand hat ihn befreit ich weiß was du denkst miles Das ist nicht deine Schuld. Wir dürfen ihn hier nicht reinlassen. Das ist auch eine Art Gefängnis. Das ist nicht so einfach. Habe ich nie gesagt. Aber manchmal muss man die Vergangenheit abschütteln, um Platz für die Zukunft zu machen. Darum habe ich angerufen. Du musst was für mich besorgen. Ich könnte es selbst, aber... Durch die Bewährung ist Prowler in Rente. Was genau? Nur alte Technologie, die von der Straße muss. Versteckt in einem stillgelegten Roxanne-Labor am Central Park. Ja, das kenne ich. Lässt du den Prowler wirklich hinter dir? Hinter uns. Was vergessen? Wer hast du... Und Miles? Was Lee angeht. Tu nichts Dummes. Ja, ja. Ich mein's ernst, Miles. Der Kerl kann angeblich dein Gehirn in Rührei verwandeln. Lass es bleiben. Was gibt es sonst so bei dir? Hä? Ja. Wie läuft die Schule? College. Hast du eine Freundin? Ich weiß nicht. Also gibt's jemanden. Ich bin hier. Wonach suche ich. Sperr die Augen auf, Neffe. Als ich deine Maske hatte, habe ich sie mit Prowler-Code versorgt. Das sieht hier ähnlich. Das Versteck ist unsichtbar, bis es meinen Anzug-Code erkennt. Aha. Aha. Musst du noch den Schlüssel entziffern? Versuch's. Nicht schummeln. Nimm dir Zeit. Fertig. Nicht schlecht, Kleiner. Voll geil übrigens. Es ist mit diesem haptischen Feedback von den Sticks. Hä? Was soll ich jetzt machen? Ah, okay. 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 Das vibrierte, also die Sticks vibrieren richtig, die beiden L- und R-Tasten. Von hier unten geht's nicht auf. Das Schalttafel. Äh. Achso, ich brauche mehr Power. Ja, gut. Wärst du ein toller Prowler geworden. Jetzt solltest du versuchen reinzukommen. Ist klar, Prowler. Ich mag die Sounds. So mystery. Geschafft. Sagst du mir endlich, was los ist? Alte Anzug-Prototypen. Darf sie behalten. Steckt gute Technik drin. Cool. Das kann ich brauchen. Ja. Anzug-Technologie. Du hast ein seltenes Technik-Teil erhalten. Nutze deine Ressourcen, um neue Anzüge, Geräte und Anzug-Technologie freizuschalten. So. Ja. Du kannst deine Kampf- und Fortbewegungsfähigkeiten verbessern, indem du Anzug-Technologie ausrüstest. Wähle Gesundheit aus. Alter, wie viel? Einfach. Das wird immer besser. Du wirst dann noch eine Gesundheit, indem du ein seltenes Technik-Teil einsetzt. Ja. Um 10. Die Gesundheit beträgt jetzt 110. Die maximale. 120. Höhe den Schaden um 10%. Ja, natürlich. Schaden ist meine Verteidigung. Fokus erhöhen durch Angriff auf eingesponnene Gegner. Und Fortbewegung. Gleite länger mit Netzflügeln. Was haben wir hier? Oh, da muss ich mich wohl entscheiden, oder was? Punktstrumpf wird auf maximale Kraft erhöht. Der aufgeladene Sprung, der Katapultsprung schleudert dich jetzt höher und weiter. Schwinggeschwindigkeit erhöht sich. Wendegeschwindigkeit der Netzflügel für bessere Handhabung. Ja, die sind ein bisschen wackelig. Das stimmt. Aktivere Netzflügel bei einem Sturzflug für einen drastischen Geschwindigkeitsschub. Die Schwingengeschwindigkeit erhöht sich auf das Maximum. Wer damit? Oh, was? Noch mehr Technik-Teile. Wo zu finden? Verbrechen, FSTN-Anfragen, Heldenmarken und so weiter. Ja, gut. Muss ich auch noch Fokus nehmen. Ne, auch nicht. Mega gut. Drücke unmittelbar nach einem Venom-Sprint L und Dreieck, um einem zweiten kostenlosen Sprint folgen zu lassen. Ja, ich nehme aber lieber die gemeinsamen Fähigkeiten. Eingesponnene, elektrifizierte oder Venom-geschockte Gegner können geworfen werden, indem du Dreieck gedrückt hältst. Nett. Hochprallen. Ja, das war das. Looping. Ja. Geh dir mal looping. Hör zu. Das ist nicht das einzige Versteck. Danke. Wer auch immer Liebe freit hat, meine Technik scheint genau ihr Ding zu sein. Sie soll nicht in die falschen Hände geraten. Damit vertraue ich nur dir. Okay. Verstanden. Die Koordinaten sind in der Maske. Danke, Neffe. Und wir sehen uns. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Oh. Ich hab von dem Transfer gehört und von... Alles in Ordnung? Ja, aber mir geht's gut. Ich hab Onkel Aaron gerade bei etwas geholfen. Ah. Ähm, wie geht es ihm? Er gibt sein Bestes. Das ist schön. Wir sehen uns zu Hause mal. Denn unsere Talk-Hübenen... Ist das Spider-Porn? Das ist wirklich gut. Versprochen. Aber man versteht schon, dass wir Spider-Bros sind. Ab in die Stadt. Um zu sehen, was los ist. Vielleicht finde ich dabei sogar Lee. Ob es hilft, wenn wir mit ein paar Zitaten um uns werfen? Frisch mein Netz, Rhino! Sieh mal an! Spider-Man ist ein Fotofreak! Click, click. Whip, whip! Ja, manche Dinge in New York kann man nicht erklären. Das ist so toll daran. Myers? Was ist mit der Clubmesse? Bist du unterwegs? Oh, genau, die ist heute. Bester Atlas wird hier sein. Er hat das beste Musik-Technologie-Programm weit und breit. Und es werden Stipendien vergeben. Ich habe so viele Fragen an ihn. Bin bald da. Brooklyn Visions freigeschaltet. Okay. Halt die Schnauze. Das ist alles Teil der Prophezeiung. Kann ich den löschen? Ah, so. Das Narrenfeuer wird heute ausgelöscht. Haha. Irgendjemand, bitte. Guck mal, der ist verletzt und der... Ich gehöre mich natürlich um die, die nicht Verbrecher sind. Danke. Wir sind gleich da. Und Endstation. Du bist hier in guten Händen. Danke. Ich mache es wieder gut. Irgendwie werde ich der Stadt hält. 80 Technik-Teiler. Damage. Ich mache das hier. Der Schaden gegen Gegner in der Luft ist erhöht. Erfolgreiches Parieren eines gegnerischen Angriffs lädt deine Fähigkeiten teilweise auf. Grundschaden, Grundschaden, Kombo, 10er-Kombo. Ist deine Fähigkeit leichter wieder auf. Aufeinander folgende Luftangriffe erhöhen. Die entscheiden bis zu 50% extra. 170% mehr Damage. Mega. Die Stadt wirkt ziemlich ruhig. Noch immer keine Spur von Lee. Oder den Typen, die ihn haben. Ob Pete wohl mehr Glück hat als ich? Oh, ich wächst mal zu Peter. Hat natürlich auch schon wieder Leuten geholfen. Kommst du zur Stiftung? Klar. Ich bin gespannt, was du mir zeigst. Super. Ich freue mich auch. Ups. Amsel ruft gerade an. Bis später. Hey. Wie geht's? Gut. Ich habe gerade mit Harry telefoniert. Und das mit der Stiftung könnte echt spannend werden. Oh, gut. Bei mir gibt es ebenfalls hoffen. Ich weiß, welche Technik beim Gefangenentransport zum Einsatz kam. Hochmoderne DARPA-Technik. Ja. Wer auch immer das war, hat jede Menge Ressourcen. Miles glaubt, den Anführer gesehen zu haben. So ein großwildiger Typ. Mit Fellweste. Interessant. Ich recherchiere weiter. Landet diese Story auf der Titelseite, finden wir sie vielleicht schneller. Und mein Job ist gerettet. Was war das denn? Probestück. Ob auf der Bühne oder im Freien, wo kann man schon sonst jeden Tag Legenden und zukünftige Legenden auftreten sehen? London? Das ist echt weit weg. Erst wollen sie Gebäude niederbrennen. Jetzt brandmarken sie Leute. Die Flamme wird enttäuscht sein, wenn du Nein sagst. Willst du nicht würdig sein? Wir wollen bloß weg. Ihr Herz und Kommen war ein Fehler. Es tut uns leid. Hey, richtet das Ding doch lieber gegen mich. Du kannst nicht stoppen, Spider-Man. Von Flamme drinnen. Von oben bis unten. die stadt sollte die brannteisen vielleicht besser entsorgen was die trümmer sind den technikern im weg wenn du mit deinen netzen das gebäude eine weile vor dem einsturz bewahren könntest wäre das eine große hilfe auf jeden fall danke das könnte ich jetzt wahrscheinlich auch komplett ignoriert erstmal die nächsten stunden habe ich aber nicht wieder brandstifte was hat es da mit den typen wie geht's ich wollte nur bescheid sagen dass ich mit gloria geredet habe fiest wird morgen ein spenden lkw für meis restliche sachen zum haus schicken ich glaube nicht dass ich bis dahin alles durchgehen kann kannst du das absagen ich verspreche ich werde alles selbst spenden sobald ich fertig bin mit allem ich rufe gleich an aber machte nicht so viel stress parker ich meinst du weißt dass ich mich gerade viel lieber mit der neuesten physik zeitschrift an dich kuscheln würde am liebsten mit der französischen da quatsch der nur ist nicht so wild hier da vorne ist gerade nicht so wild dass die halbe stadt brennt da ist der die feuerwehr ist die stunde hier kommt das feuer aber ich unter ihr durchtaufen aber egal ich wollte drunter durchtauchen warum macht das nicht warum springt da immer drüber ja ne warte dafür möchte ich noch einmal hauen und dann warte wir probieren das nochmal jetzt ist es weg das dürfte robbie gefallen ja schnapps schnapps wagen das wird robbie gefallen spiderman sind nicht die einzigen helden in new york schüler pünktlich zum unterricht bringen das nenne ich eine superkraft schnapps warte emily may foundation ich hatte mich schon gefragt was das ist Oh shit, ich wollte das Feuer machen. Warum bin ich jetzt hier zur Mission? Ah, jetzt brennt es immer weiter. Das ist Emilys Baum. Oh, das ist perfekt. Da bist du ja. Hattest du nicht gesagt, das sei ein Startup? Ja, ich wollte etwas weniger. Das. Aber mein Dad war derjenige, der das alles organisiert hat. Peter Parker! Na? Was sagst du? Ganz was anderes als die Werkstatt, in der Otto dich hatte. Und wenn du jetzt an Bord bist, wird es hier erst so richtig zur Sache gehen. Dad, Pete weiß noch nicht, ob er mitmacht. Oh. Wirklich? Aber ich wollte ihn rumführen. Und selbst entscheiden lassen. Okay. Wisst ihr, euch Jungs wieder zusammen zu sehen? Also das. Viel Spaß. Wie super, dass ihr aussieht. Schauen wir uns um. Wow. Das erste, was ich dir zeigen will, ist unten. Harry, das ist... Krass, oder? Auch wenn Dad es vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Wie hast du... Er hat alles vorbereitet, als ich noch in Behandlung war. Der Las Vegas-Dom ist auch hier. Da habe ich ein paar Sachen verändert. Zum Beispiel? Mein Gehalt fließt in Forschungsprojekte. Der Vorstand ist divers aufgestellt und hält den Kurs. Und ich achte darauf, dass die Forschung unserer Mission treu bleibt, die Welt zu heilen. Zuerst stelle ich dir Dr. Young vor. Führend in der Entomologie-Forschung. Weißt du, was Entomologie ist? Ja. Total cool. Dr. Young forscht gerade über Bienen. Beziehungsweise über die Feinde von Bienen. Wespen. Beckviecher. Diese Daten stimmen aber nicht mit den KI-Werten aus unserem letzten Meilenstein überein. Bereit, mit Dr. Young zu sprechen? Sie sind wohl Peter Parker. Warum mal die kleinen Bienchen hier? Dieses Projekt wird Ihnen gefallen. Netzt, Sie kennenzulernen, Dr. Young. Harry sagt, Sie arbeiten mit Bienen. Und die Situation ist recht dringend. Ein Drittel der täglichen Nahrung stammt von Getremen. Oh, ich hasse Wespen. Sechs Wespen. Aber die fressen die nicht. Die töten die doch nur, oder? Wow. Das ist cool. Diese kleinen Drohnen sind Bienenwächter, die wir darauf trainieren, Bienenwölfe zu bekämpfen. Wespen, die Bienen töten. Und sie helfen mit dem maschinellen Lernalgorithmus. Sehen Sie die Bienenwolf-Hologramme? Je besser sie sie treffen, desto besser erkennen die Drohnen, worauf sie zählen müssen. Die Drohnen sollen die Bienenwölfe verscheuchen und sich verletzen. Oh, ja! Jawohl! Fertig, Peter. Das war sehr produktiv. Und hat tolle Daten gebracht. Okay, ich flieg heim. Mega! Wenn das gerade echte Bienenwölfe gewesen wären, hätten sie etwa 520 Bienen das Leben gerettet. Was? Ich möchte helfen. Ich könnte versuchen, die Geschwindigkeit des neuralen Netzwerks zu erhöhen. Oh, ja, bitte. Reden Sie doch beide weiter, falls Piet sich uns anschließt. Danke, Dr. Young. Ich fahre mich ja, warum ist er Lehrer geworden und ist nicht irgendwo in der Entwicklung oder Forschung? Hey. Bist du kurz Zeit? Das ist doch super, was sie sich hier alles hat. Guck mal, wie gut das einfach alles aussieht. Jeder Bereich in dem Spiel sieht irgendwie gut aus. Aber der ist nicht schon längst einen Ersatzarm, wenn die solche krasse Technik haben. Wir kennen uns bereits. Ich habe mit Dr. Octavius gearbeitet. Sie waren mal im Labor wegen der elektrotaktilen Stimuli. Oh. Ja. Sehr schade um Dr. Octavius. Seine Arbeit war vielversprechend. Hat sich etwas verändert? Müdigkeit? Irgendwelche Schmerzen? Nervös oder impulsive Gedanken? Nein. Mir ging es nie besser. Das beunruhigt mich. Schön, Sie wiederzusehen. Dein Arzt ist wirklich Lizard? Der glaubt an zweite Chancen. Hey, ich muss kurz telefonieren, aber schau dich ruhig um. Komm nach oben, wenn du bereit bist. Lizard. Das war verrückt. Ich sage ja, es gibt doch schon Prothesen. Ich werde mich umschauen. Cool. Scheint von Ottos Arbeit inspiriert zu sein. Nur die Probleme mit der Verkabelung. Ob Dr. Connors das benutzt hat? Nach Lizards Ausraster ist er vielleicht fertig mit seinen Selbstversuchen. Das ist der Prototyp aus Ottos Labor. Das wäre ein Tatort-Beweisstück gewesen. Ich frage mich, wie er hier gelandet ist. Ah ja. Ach, komm schon. Zahlentheorie ist cool. Ich meine, sind Sie das? Ja, Zahlentheorie sind super cool. Mega. Es gibt hier so viel zu sehen. Wo soll ich anfangen? Das Transorium ist die nachgeistige Energie. Christoph, morgen. Einmal. Wir sind vereint. Wenn ich das verrate, müssen wir sterben. Ich finde das voll toll gemacht hier. Toll, doll, super doll. Mal sehen, was hier los ist. Vielleicht kann ich helfen. Oh, das würde eine Weile dauern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt Zeit habe. Aber ich würde gerne später wiederkommen. Es ist so cool hier. Ja, ich kann ja Malz. Ich wollte eigentlich Malz anrufen, aber irgendwie macht er das jetzt nicht so gerne. Es sieht so aus, als ob Connors seine früheren Forschungen wirklich in die Tat umsetzt. Ob er es bereut, das Serum an sich selbst getestet zu haben? Muss seltsam sein, mit schlummernder Echsen-DNA im Körper herumzulaufen. Der Bedarf an Organtransplantationen wird durch Spender nicht gedeckt. Eine innovative Lösung nutzt die 3D-Drucktechnologie, um Ersatzorgane herzustellen, wodurch die Wahrscheinlichkeit eine Abstoßung verringert und die Erfolgschancen signifikant erhöht werden. Wow. Wenn das schon so ginge, dann wäre das richtig krass. Ja. Hey. Wenn du bereit bist, treffen wir uns oben. Bin unterwegs. Wir sehen uns gleich. Oh, das Letzte werde ich auch noch gucken. Mit den Bienchen. Ich mag Bienen. Bienen sind super. Doch solltest du. Du solltest die Bienchen gucken. Hast du die XRF-Analyse gemacht? Aha. Was, wenn ich ein Spektrum... Hey. Was machen Sie mit diesen Fahrrädern? Wir arbeiten an Batterien, die von Fahrrädern aufgeladen werden. Könnte ich mal auf einem fahren? Noch nicht. Aber wenn Sie einsatzbereit sind, brauchen wir Testpersonen. Gut. Ich komme wieder. Fische. Oh, die riesen Kois. Guck mal. Nom, nom, nom. Coole Fische. Nicht nur Fische. Forschungsobjekte. Willst du sie füttern? Ja. Koi Fische haben eine gut untersuchte Pigmentierungsvariation, die sich für unsere Forschung zur Reflexivität eignet. Stapel von intrazellulären anhültrischen Guaninkristallen. Durch Zytoplasma getrennt. Wir finden es sehr nützlich für umweltfreundliche Dachmaterialien. Wie cool. Ja, komm, wir gehen mal zu Harry. Jetzt kriegt Peter doch. Das ist ein Anfall. Ei, 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 ei. Und hier für Apparate, bitte. Continuum-Transfunktionatoren. Oder ein Hadron-Kollider. Oder Teilchenbeschleuniger. Wir leiten wir Protonenstrahlen in den Behandlungsraum unten. Er wird gerade repariert, aber sollte bald wieder laufen. Unglaublich. Es sah eben aus, wenn der Mann nicht ins Gesicht knallt. Wo gehen wir jetzt hin? In den obersten Stock. Du scheinst echt fit zu sein, Harry. Ich fühle mich gut. Also, versetz dich jetzt mal in die Vergangenheit. In die Zeit vor der Highschool. In die Mittelstufe. Okay. Hm, kennst du die... Moment. Du bist ziemlich gefragt. Das ist nur mein Nachhilfejob. Was hast du gesagt? Erinnerst du dich an den Stoff aus der Mittelstufe? Gregor Mendel und die Erbsen? Ja, ich glaub schon. Du meinst Genetik und Pflanzenkreuzung? Genau. Dr. Foster hat für seine Arbeit auf dem Gebiet der Pflanzengenetik alle wichtigen Preise gewonnen. Wow. Hattest du Gelegenheit, die Fische zu füttern, als du rumgelaufen bist? Ja, das war toll. Interessantes Forschungsprojekt. Und? Es senkt auch den Cortisol-Spiegel. Ja, oder? Ehrlich gesagt ist das einer meiner Lieblingsplätze im Gebäude. Ja, jemand muss sich hier die Feuchtigkeitssensoren anschauen. Und du siehst, wenn B die Basis des Zahlensystems und N der Grad der zu extrahierenden Wurzel ist. Mhm. Ich verstehe. Der Rhythmus ähmelt der langen Division bin. Mal mit so betrachtet. Verstanden. Mhm. Denk ihr bestimmt zu ihm. Hier lang, Kumpel. Dr. Foster. Danke, Dr. Foster. Ah, Sie sind Peter Parker. Harry redet ständig von Ihnen. Schön, Sie kennenzulernen. Dr. Foster will die Landwirtschaft effizienter machen. Aufgrund des Bevölkerungswachstums und des rasanten Klimawandels sind wir dazu gezwungen, uns schneller anzupassen als die Natur. Durch genetische Rekombinationen stellen wir das Getreide auf neue Herausforderungen wie Extremwetter oder Schädlingsplagen ein. Möchten Sie die Testumgebung sehen? Okay. Die Idee ist, die Gene einer Pflanze so zu verändern, dass sie optimale Eigenschaften aufweist. Und zum Beispiel auch bei Trockenheit gedeiht. In der Simulation möchten wir das Wachstum maximieren. Warum versuchen Sie es nicht? Okay. Bringen Sie die Basenpaare zusammen, um so viel Wachstum wie möglich zu fördern. Diese Pflanze könnte die Welt ernähren. Dafür gibt es bestimmt wieder Punkte, ha? Ich glaube, ich habe die Welt gerettet. Ich habe verstanden. Toll. Jetzt können Sie es in echt ausprobieren. Wir arbeiten daran, dass die Pflanze auch bei Trockenheit wächst. Bei den patentierten GVO-Samen der Konzerne geht es um Profit. Dafür stehen Sie zu Recht in der Kritik. Unsere sind Open Source. Es geht um Nachhaltigkeit. Echt schlau. Interessant. Okay. Wir stoppen den Hunger auf der Welt. Gute Arbeit, hören Sie. Auch wenn Sie nicht offiziell im Dienst sind, könnten Sie sich ein Gen für mich ansehen? Es ist eine Pflanze, die speziell für städtische Gärten geeignet ist. Natürlich. Hä? Dann geht das nicht. Ach, das ist hier eine andere Farbe. Ah, und es hat vier Balken. Gizit. Mal sehen. Ah. Gute Arbeit, Peter. Mit dieser Technologie ist der Welthunger im Jahr 2035 Geschichte. Wow. Ich kenne ein Dach, das Sie für einen Praxistest nutzen könnten. Interesse? Oh. Ganz sicher. Harry hatte Recht. Sie werden uns sehr netzlich sein. Danke, Dr. Forster. Und wohin jetzt? Zum letzten Stopp. Unbezahlt natürlich nützlich. Eindrucksvoll, aber nicht überwältigend. Verspielt, aber nicht geschmacklos. Imposant, aber nicht protzig. Dein Büro. Oder ist es unser Büro? Harry. Denk dran. Die Dinge, die du heute gesehen hast, sind nur ein kleiner Vorgeschmack von unserer Arbeit. Aber entscheide noch nichts, bevor du das nicht gesehen hast. Habe ich keinen mehr. Habe ich verkauft. Wir brauchen mehr Sicherheitspersonen. Ein Industrie-Spione. Wow. Oh. Oh, Mann. Harry? Das ist alles unglaublich. Es ist perfekt, weißt du, aber es ist gerade ziemlich hektisch. Während meiner Behandlung musste ich daran denken, was ich mache, wenn ich überlebe. Und ich habe meine Mom gehört. Sie sagte, unser Planet ist in Schwierigkeiten. Und ich muss etwas dagegen tun. Wir könnten mit deiner Hilfe so viel mehr bewirken. Ich meine, du bist der Schlauere von uns beiden. Und bezahlt. Na komm. Wir werden Mom und May stolz machen. Das ist unglaublich. Aber eine Sache. Kann ich meinen Tisch dahin stellen? Ich arbeite gern mit dem Gesicht zur Wand. Wow. Warum das denn? Ich sag doch, geh in die Forschung jung. Da verdienst du mehr als bei einem Lehrberuf. Endlich hat er, was er verdient. Ich werde etwas Übergangszeit brauchen, wegen meines Dozentenjobs. Aber klar. So viel, wie du brauchst. Wir müssen nichts überstürzen. Ja. Aber Coney Island steht, ja? Klar doch. Oh, alter, ihr ist gelandet. Ich vergaß zu erwähnen, dass einige unserer Forscher in der Stadt Feldversuche durchführen. Du solltest sie dir mal ansehen. Ich hab dir die Standorte geschickt. Dein Ausweis gewährt dir dort Zugang. Okay, ich schwing vorbei. Oh, die haben so viel Kram hier reingepackt. Das ist unglaublich. Wir machen uns auf den Weg erstmal den Kristall. Hey, sorry, dass ich mich nicht früher gemeldet hab, aber ich hab einen neuen Job. Wirklich? Das ist großartig. Wo denn? Bei dieser neuen Stiftung von meinem Kumpel. Die ist... Die ist der Wahnsinn. Ich erzähl's dir später. Was gibt's? Die Jungs, die mit Lee und Skorpion abgehauen sind. Genki und ich haben die Abgasspuren ihrer Flugzeuge bis zu Williamsburg Bridge verfolgt. Ich treff euch dort. Musst du nicht noch einen Aufsatz schreiben? Ja, aber die Pflicht ruft. Glaub mir, deine Zukunft ist jetzt am wichtigsten. Ich geb dir Bescheid, wenn ich was finde. Okay, viel Glück da draußen. Gestohlene Technologie. Die muss von der Straße. Hey. Fliegen ist doch geil irgendwie. Sieht aus wie einer von Marcos Erinnerungskristian. Teil, die Malz erwähnt hat. Das seh ich mir an. Habt ihr Sonnencreme dabei? Kämt mir jemand von euch den Rücken ein? Sie geben nicht auf! Ja! 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 Ich finde sie und sie warten auf mich mit allen möglichen Waffen. Wo zum Teufel bin ich da hineingeraten? Waffen? Wie immer sie sind. Sie haben sich über Marco informiert. Jo! Das ist ganz schön viel mittlerweile. Aber der Mann in der Chefetage, Harry Osborn, hat keinen so schlechten Ruf. Immerhin hat er eine echte Koryphäe in Sachen Bienen eingestellt. Dr. M. Young, höchste Instanz in Sachen Bienensterben und kann auch noch echt krass Ukulele spielen, wie alle Follower wissen. Also, junger Osborn, Ihre Stiftung hat noch eine Menge vor sich, um das Vermächtnis Ihres Vaters wiederherzustellen. Aber Sie haben einen ordentlichen Start hingelegt. Vergesst nicht, zum Ersten eure Miete zu zahlen. Oder behältet aus Protest einfach das Geld ein. Wie ihr wollt's. Bis später. Wow, eine Rufskarte zu Straftaten auf. Interessant. Spiderman, hier drüben! Hey Chief! Danke fürs Kommen. Wir konnten Sprengladungen in jeder Zone außer der Letzten platzieren. Nein, das Abrisse-Team ist da drin. Sie sind zu viert. Ich finde sie. Bleibt an den Funkgeräten. Und sorgt dafür, dass niemand den Zünder berührt. Der Spider-Bot kann da drin schneller suchen als ich. Du bist kleiner. Mach's bei wieder die Stolz. Wie so im Arsch wackelt die Lipp. Ach schön, ich liebe es. Okay. Ich finde die Leute. Laugh bringt sie raus. Ist jemand da draußen? Voll suß. Hilfe! Hallo! Ist das ein Roboter? Hey, hier ist Spider-Man. Ich hab der Feuerwehr und dem Rettungsdienst mitgeteilt, wo du bist. Sie sind bald da. Alles wird gut. Spider-Man! Danke! Hey Clark, hast du den Standort erhalten, den ich geschickt hab? Unser Team geht jetzt rein. Danke! Das die auch keine Angst haben von so einer riesigen Spinne, die Leute. Und einfach mal so aus Reflex draufhauen oder so. Der Zeitpunkt, um meinen Pulsstoß zu testen. Wow! Das kleine Vieh. Dette, 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 dæ. Hallo? Ich steck fest. Hilfe! Halt durch. Ich hol dich da raus. Diese kleine Spinne, guck mal. Hä, was soll ich jetzt hin? Hä? Nicht bescheuert? Hier geht's nicht... Oh wow, ich kann drunter durch. Na toll. Ist da jemand? Ich glaub, mein Bein ist gebrochen. Ich hol dich aus. Moment. Feuerwehr und Notarzt sind unterwegs. Nicht bewegen. Sie holen mich hier raus. Okay. Danke, Spider-Man. Wird es beide nicht viel besser? Wow. Wird es beide nicht viel besser? Irgendwie beschützen oder rausholen? Ich bin unterwegs. Es ist nur noch ein Techniker drin. Beeil dich, Spider-Man. Überlass das nicht. Hilfe! Hilfe! Ich komme! Halt durch! Sollte reichen, um ihn auszuziehen. Ich steck fest! Hol mich hier raus! Der Rettungswagen ist unterwegs. Alles okay? Mir geht's gut. Aber ich hab vor ein paar Minuten jemanden da vorne gesehen. Lila Jacke! Geh und hilf! Hey, Clark. Ich hab Ihnen einen neuen Standort geschickt. Aber der Mann hier sagt, hier drin ist noch jemand gefangen. Wirklich? Wir suchen niemanden her. Aber wenn du jemanden findest, holen wir ihn raus. Wird gemacht. Hier ist keiner. Ist so süß, die kleine Spille. Huiiii. Oh oh. Ah, das wird ein bisschen kräftig. Wirklich? Let's dole ein bisschen a fuerza zu dwe productive. Let's dole ein bisschen. Putz das fast auf. Das ist ein Problem. So, w �90minis. Wir haben alles wertvolle rausgeholt. Wenn wir weitergraben, wird ja alles zusammenbrechen. Die Prophezeiung sagt, dass wir heute überleben. Du willst dein Anhänger der Flamme sein? Dann vertraue ihn. Anhänger der Flamme? Weil der Karate erledigt ist, verspindt ihr. Die Explosionen werden ihn begraben. Und die Beweise. Oh Mann. Oh Mann. Jo. Ich finde die voll super, die kleine Spitte. Oh nein. Ich hab der Polizei nichts gesagt. Ich hab die Flamme nicht mal erwähnt. Ich... Ich wollte raus. Du hast wohl vergessen, dass wir genauso rausgehen, wie wir reinkommen. Unterschmerzen. Yeah. Verschwinde hier. Spider-Ninja. Das ist meine Prophezeiung. Endlose Kämpfe. Durch Gebäude. Wir wachsen vier Arme und ich werde zur Riesenspinne. Du brennst mit den restlichen Unwürdigen. Er nicht? Oh, okay. Hat das noch jemand gehört? In Flamme. Wrennt eben. Oh, Leute. Können wir das nicht besser trauen? Aus! Geht es allen gut? Abgesehen davon, dass ich euch ausgenockt habe? Wir sind besser, als du je sein wirst. Wenig beeindruckend. Nach dem Feuer. Wer seid ihr überhaupt? Die einzigen, die würdig sind, das kommende zu über... Es war der Umherzug. Erledigt ihn, bevor die Polizei kommt. Bevor das passiert, wird er das Gebäude einstürzen. Die Welt wird von Schmutz wie euch verreinigt. Was ist das? Die Flamme brennt ewig. Die sind so kacke. Er hat das. Er hat das. Aha. Wer ist sie denn wieder? Wow. Wraith. Wraith. Wow. Was ist mit denen? Sie hat eine leere Wahl. Das wird ein neuer Rekord. Oh, schön. Niemand hat daran geglaubt. An die Wand geklebt. Juri ist wohl abgehauen. Ich dachte, sie bräuchte nur etwas Zeit nach dem Vorfall mit Hammerhead. Aber jetzt hat sie diesen Anzug an und nennt sich Wraith. Ich sollte sie im Auge behalten. Und die Kultisten auch. Ich brauche mehr Augen. Unglaublicher Anzug. Unglaublicher Zwei-Anzug. Oh, es gibt so viele Anzüge. Fantastisch. So, was haben wir denn hier? Was? Der Kauf einer Anzug-Modifikation gewährt dir Zugriff auf beide Modifikationen der Gruppe. Oh, komm, kann man nur eine Modifikation aktiviert sein? Ohne Leerzeichen. Aber Modifikationen können jederzeit getauscht werden. Ähm, ja. Parieren. Das mag ich nicht so oft. War es keine Technik-Teile mehr. Anzüge. Ah, komm, ich lasse den mal ein bisschen jetzt. Jetzt habe ich den gerade erst. So, was haben wir hier? Ein Netzschuss erhöht die Aufladegeschwindigkeit der Netzschießer. Maximum vier. Fokusgewinn durch Netzschießertreffer auf Gegner. Jeder dritte Netzschuss auf einen einzelnen Gegner erzeugt eine kleine Netzstreuzone. Die Gegner in der Nähe einspinnt. Und einen normal großen Gegner auf kürzester Entfernung einzuspinnen, schleudert ihn zurück. Sehr gut. Hier haben wir. Maximum stärker Stoß lässt Projektile hochheben. Maximum eins erhöht die Anzahl der Projektile pro Salve. Oder in einer Salve. Null sicher Stoß, der Gegner wegstößt. Hm. Hm. Interesting. Ich nehme erstmal das hier. Für das habe ich jetzt wieder keine Technik. Und wir haben zwei Fertigkeitenpunkte. Spider-Sturm zieht Gegner von weiter entfernt zu Spider-Man. Und Spider-Schock drücke L1 und Kreis um Gegner mit elektrifizierten Netzleinen einen Stromschack zu versetzen, sodass sie angreifbar werden. Ja. Bam. Ach, jetzt kann ich den nicht mehr nehmen. Oh, das ist ja kacke. Das ist ja kacke. Oh ne, ich habe einfach keine Punkte mehr. Alles gut. Ich dachte, ich muss mich jetzt wieder entscheiden für eine Fähigkeit. Ich mache erst mal die Pflanzenkunde. Peter. Looping. Ich muss fliegen, MJ. Ja, Veteran. Steht man immer auf Kriegsfuß. Lass dich nicht provozieren. Irgendwann lernst du, ihn zu ignorieren. Ich bin mir sicher, dass ich diese Superkraft besitze, Spider-Man. Ich weiß, ich kann nicht an allen Fronten kämpfen, aber... Ach. Aber du bist Mary Jane Watson. Verteidigerin der Wahrheit. Eine viel coolere Superkraft. Aber vielleicht muss man auch mal nachgeben, um weiterzukommen. Keine Ahnung. Ich denke mal drüber nach. Och. Danke, Parker. Jederzeit, Watson. Ja. Was geht hier vor? Nichts Gutes. Ihr habt hoffentlich eine Quetzung. Hey! Okay. So ist das bei Geschäftsabschlüssen. Niemand rechnet mit Spinnen. Wie. Hoffentlich macht es Dr. Foster nichts, wenn Spider-Man. Und er hilft. Jo. Total zu fleißen, äh gespleißen und die Leute ernähren. Warte, warum hast du uns verlassen? Suchen wir nach den besten Proben. Woher soll ich das jetzt wissen? Hier muss doch irgendwo einer sein. Ach hier. Das ist eigentlich Unkraut, aber die Widerstandsfähigkeit könnte helfen. Wow, guck mal, die wachsen hier einfach mal so raus. Die hier sind effizienter mit Wasser. Die kann ich nehmen. Die hier ist äußerst produktiv. Jede Menge Früchte. Perfekt. So. Ich hab großartige Proben. Zeit, sie zusammenzubringen. Ja. Das wollte ich gar nicht. Unglaublich, dass die EMS die GVOs zur Open Source machen. Profit sollte bei menschlichen Grundbedürfnissen kein Teil der Gleichung sein. Mal sehen. Ne, das ist falsch. Die kann ich gar nicht verschieben. Okay. Braua. Wachsen diese Pflanzen schneller und tragen mehr Früchte denn je. Ja, aber. Stell dir einmal vor, was Fiest mit all dem tun könnte. Neue Züchtungen. Können unter anderem Ökosystem, glaube ich, ganz schön gefährden. Ich habe ein paar neue Hybridsamen für sie gemacht. Muss alles vorbereiten, um die Samen einzusäen. Erstmal ihr Wasser optimieren. Oh, ich sollte das flicken. Oh. Ein paar Weben sollten ausreichen. Hm. Dieser Wagen blockiert das Rohr. Offenbar mindern mehrere lext den Wasserdruck. Ich muss alle finden, damit es läuft. Muss nur noch ein paar mehr flicken. Wäre kontraproduktiv, wenn ich alle Pflanzen ertränken würde. Was ist das? Hier immer noch was zischen. Hä? Bescheuert? Ich höre es doch. Aber ich sehe es nicht. Und ich glaube, das müsste reichen. Dr. Foster wird sich freuen. Er muss nicht wissen, dass Spider-Man geholfen hat. An welchen anderen Projekten die EMS wohl noch tätig ist? So, ich würde sagen, machen wir mal... Oh. Die denn Drohnen? Oh ja, komm. Ich habe jetzt Bock auf paar Nebenmissionen. Bei der Hauptmission ist man oft hier nur am Dialogieren und Dauphieren. Oh, der wieder. Ich habe gerade jede Menge Probleme. Haus, hohe Inflation, nutzlose Regierungsvertreter und ein Land am Rande des größten Zusammenbruchs seit dem des Römischen Reiches. Aber unser schlimmstes Problem verbirgt sein Gesicht. Ja, Spider-Man. Versucht ein weiterer maskierter Rächer sein unzulässiges Rechtsverständnis auf den Straßen durchzusetzen. Berichten zufolge ist der Lila gekleidet und macht bei illegalen Aktivitäten keine Gefangenen. Einige von ihnen haben kritisiert, dass die Spider-Men nicht weit genug gehen. Aber, und ich kann nicht glauben, dass wir das sagen, das ist nicht ihre Zuständigkeit. Ja. Hey! Mischst du meinen Kampf auf oder ich deinen? Wir mischen das Verbrechen auf. Jetzt seid ihr erledigt. Ja gut, 20er-Kombo wird es nicht mehr, ne? Alter! Toll! Ich muss los! Aber danke für die Hilfe! Okay, aber die nächste Pizza nach dem Kampf geht auf mich! Hallo? Find ich mal irgendwann? So. Hoowaii! Das Geräte freigeschaltet Erschütterungsstoß. Solltet ihr nicht in einer Sanduhr sein oder so? Ich muss den Sandkristall haben! Ich bin weg. Aber, das wird blöde. Das war dann. Ich hab dich geräte Flossen wenn du schiefst. Aber sie müssen sie nicht mehr schiefst. Und dann. das war es jetzt ich wünschte ich wäre bei dir zu hause so heilung alle ich werde aber ehrlich gesagt mehr mit dem spiel mich beschäftigen als mit dem chat ist stream am sonntag wieder da gibt es ja ganz viel chat interaktion ich habe mich nach marco erkundig dass du bescheid wirst er ist wieder bei sinnen er ist sogar wieder die ärzte sind zuversichtlich gute arbeit stop bobo der tankwagen könnte jederzeit explodieren was soll die luftschleuder war da ich muss jetzt schnell den tankwagen flicken zumindest funktioniert der hitze schutz meines anzugs noch ich glaube so nicht dass das funktionieren würde mit den netzen aber ist auch egal die absicht zählt spidey auch mehr tempo hier ist alles zu langsam könnte doch beschleunigen im ersten teil geht ja gar nicht mehr leider das muss ich vielleicht erst lernen okay ich war erst mal das verbrechen ganz kurz das ist gut ein paar voll die toten wollen da einbrechen was die vollidioten sind gerade alle despawnt warum warum sind die vollidioten alle despawnt man mal sehen was dr young hier draußen ich will bienchen fliegen und abschießen also wespen abschießen die bissen wolfwespen da liegen sie ja okay dann mal los jetzt sorry sorry nein danke bienenfressen wie hätte gedacht dass ratten bienenfressen ratten fressen wirklich alles wie die wölfe verschwindet fahr auf geht's ich bin wie ein bienenimmobilienmakler wow wieder ah nein ich brauche noch welche der strom ist bald leer oder sogar mehr als ich brauche bingo der daten wird komplett die drohne fliegt nun zurück und lädt die daten hoch danke peter bitte das dürfte gutes material für die ki sein hoffentlich findet dr young das auch auch sehr nice oh ich wollte nicht wenn der schutzflug nicht mehr aufhalten ich mach das gerne mit der forschung das super super batterie fahrräder super wir möchten dass sie mit dem rad durch 10 kontrollpunkte fahren um reale akku werte zu ach gehen sie zum fahrradständer im central park warum hatten sie wohl eine fahrrad sequenz vorher mit harry wir brauchen keine schlagzeilen oha das ist ein job für den guten piet ich wollte gerade sagen das machst du jetzt nicht als spidey ne jetzt kann ich eins dieser coolen hochmodernen dinge fahren yeah ok los zum ersten kontrollpunkt go speed racer gleich komme ich an den kontrollpunkt lady vorsicht weißt du so als spiderman der menschenfreund und als speederfall der assi der die leute im park umfährt und eichhört getötet live boha mj harry und ich haben tolle shows im park gesehen hey das schild ist eine gute rampe fantastisch das war ein cooler sprung erstmal die neuen fahrräder schrotten check check wow das ist nicht normal ich denke nicht dass das fahrrad ein eigenes feuerwerk geben sollte das ist nicht sicher bei diesem tempo überlädt die batterie und explodiert ich muss es schnell zur fahrradstation bringen wo man die ladung sicher entladen kann fahr doch was machst du denn hä was war das denn eben ich könnte nicht mehr lenken das ist auf einmal ganz komisch gefahren ich mach das wheelie wieso stadt leute springen sie einfach mal so komplett so ein hechtsprung zur seite schritt ich bin ja schon mal durchgefahren ganz ruhig drahtesel halte durch vielleicht kann ich die überladung durch einen tempo boost ein wenig reduzieren wow alter die brücke ist blockiert ich muss irgendwie da rüber das ist klar das war verdammt lang die batterie wird sicher entladen aber dr nguyen sollte wissen dass ein kurzschluss offenbar eine thermische reaktion bewirkt hat wenn es nicht im labor passiert ist sind sicher die variablen außentemperaturen schuld ich habe ein paar ideen für die wärmeregulierung immer diese außentemperaturen ich brauche noch mal Bienen ich brauche noch mal Bienen ok ok hoppala ja schnell, also im central park ist freigeschaltet sehr gut oh da muss ich ja wieder über den fluss und ah nice guck mal den speedern yeah oh schon wieder verbrechen das kriegen wir hin ein panzerwagen wird überfallen ist heute dienstag wenn ihr zwei donnerscheine sucht die bank an der 101. hat welche hey ich krieg dich na wo bist du? na wo bist du? wenn Spider-Man entkommt mach ich euch alle fertig eure Freunde sind hier? dann lasst uns feiern trau dich Spider-Man komm du Hilfe, Spider-Man Hilfe, Spider-Man Hilfe, Spider-Man Ich bring dich hin. Du bist unglaublich. Danke. Das Stückchen hätten sie dir auch abholen können. Bitte sehr. Jetzt bist du in viel besseren Händen. Nochmals vielen Dank. Du hast das coole Kostüm echt verdient. Na klar. Sorry. Hab kurz nicht aufgepasst. Wer hat gewonnen? Wow. Wo bin ich denn eben gesprungen? Oh, ich seh da was. Das muss ich haben. Ne. Heute nur Spider-Man. Habe ich auch so geschrieben. In die Dings. In die Community-Tab auf YouTube. Komm wieder. Ich bringe auch den Hals nicht voll. Die Verbrecher hier. Hey, kannst du den Partner gefällig? Und. Das wird eine echte Brüffung. Will uns einschwinnen. Dein Echt. Ja. Spider-Man. Alter. Ja. 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 Du machst das schon mal, Hals. Danke für die Hilfe. Ich will nur mit dir mithalten. Boah. Das sind eine Menge Nestkästen. Gute... Ja, Life of P. Danke für die Hilfe. Sag ich auch mal, haben Spaß. Life of P. Moin, Kroli. Moin alle übrigens, wie gesagt, ich möchte mich ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Am Sonntag spiele ich wieder Horror. Da rede ich viel mit dem Chat, also... Nicht böse sein. Hey, nix gegen Beyoncé, ne? Sehr schön. Zu verwechseln mit Bienen, Queens. Unbekannter Feind entdeckt. What? Was ist das? Das seh ich mir besser mal an. Oh, dieser Vogel. Der sucht die Nester. Er will die Bienen fressen. Nein! Kennt er natürlich. Ich muss den Vogel dorthin scheuchen, wo er herkommt. Ich frage mich, ob diese Drohne einen Realweltmodus hat. Cool. Jetzt kann ich den Vogel tatsächlich in Schwung bringen. Wenn ich herausfinde, wo er herkommt, kann ich sehen, ob da noch andere sind. Töte deine ganze Familie. Hey, Vogel! Ich kann dir nicht folgen, wenn du nicht fliegst. Bloß jetzt! Ich gebe dir einen kleinen Schubs. Husch... Huschvögelchen! Ich bin kleiner. Du darfst die Bienen aus Queens nicht fressen. Oder die Bienen Queens. Jetzt ist der Akku komischerweise egal, ne? Ah, das ist dein Zuhause? Du musst entwischt und dir einen Snack gesucht haben. Die Tür steht offen. Ich sollte sie schließen, bevor du wieder entkommst. Aha. Okay, ich schätze, das war's erst mal. Die Drohne fliegt im Handumdrehen zurück in die Basis. Okay. Keine Ahnung, ob Bienenfressende Vögel die ganze Stadt bedrohen. Aber ich sage es, Dr. Young. Wir sollten die... Ja, 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 ich mach gleich wieder Hauptmissionen. Alles gut. Ich wollte halt mal ein bisschen was anderes als nur rumlaufen und quatschen. Deswegen mach ich neben Missionen. Und Punkte verdienen ist ja auch fein. Dann kann ich nämlich neue Anzüge. Uh, Spider-Man 2099. Boah. Nice. Hier. Warum kann ich das... Also ich brauche mehr Heldenmarken. Ah. Schade. Das ist ein Erschütterungsstoß. Stößt alle Gegner in der Nähe mit einer erschütternden Explosion zurück. Jo. Abprallnetz. Hm? Aha. Hi Kimi. Äh, so. Ich hab zwei Punkte, dann nehm ich doch mal. Der auf zusätzliche Gegner überspringt. Ja. Das ist doch ein bisschen Miles. Mach's killen, der arme Miles. So, wir haben ja noch die Buch... Die BV-Clubmesse. Ja, komm. Wir spielen jetzt noch die mit Miles. Und dann machen wir mit Spidey weiter. Warum ist er so zerschrubbt eigentlich? Ja, also sorry Miles. Da muss ich jetzt erstmal nur einen Anzug anziehen. Das geht nicht. Yeah. Der Sportswear-Anzug. Geschichte eines Lebens-Anzug. Uh. Nice. Bin ja so ein Rot-Schwarz-Fan eigentlich, aber... Die Schuhe sind geil, die hab ich übrigens, ne? Also die Superstar von Adidas mit einer Spinne hinten drauf. Ich glaub, ich nehm mal das hier. Der. Ja. Ich weiß, ich hab meinen Rucksack hier irgendwo vergessen. Du warst genau wie Peter. Ja, klar. Passte. Hey Miles, was geht? Hey, schön dich zu sehen. Mann, ich kann nicht glauben, dass Mr. Adidas hier in der BV sein wird. Vielleicht bekomme ich dann eins dieser Stipendien. Ich find's ja dafür so voll stylisch. Letztes Mal war die ja noch so ein bisschen kindlich. Was heißt kindlich? Aber der hatte so einen High-Top gehabt. Und jetzt hat er so... Ja, da coole Dreads, irgendwie so kleine. Hast du für einer? Du stehst da mit deinen Kopfhörern und unterhältst dich, oder was? Oder ist der selbe Typ nochmal? Zwillingsbrüder, die sind beide gesellschaftsscheu. Und der auch. Das sind Drillige. Die sind alle... Die haben alle sozial verbieten. Na, wie sind meine Moves? Sie ignoriert mich. Ich kenn's ja nicht anders. Miles, schön, dass Sie hier sind. Oh, hallo Mr. Sinclair. Ich liebe es, so viel Innovation an einem Ort zu sehen. Oh, haben Sie das mit der Chemie AG gehört? Ich hab mal ein Bild gepostet von den Schuhen irgendwann. Sie springen an, Miss Ferguson, die Demo für die neue Robotik-Drohne vorbereitet. Sie ist spät dran. Das ist dann auf der Hauptbühne. Oh ja, ich versuch da zu sein. Viel Spaß noch. Danke, man sieht sich. Ich weiß, ja. Ich weiß, ja. Die riesig groß einfach mal Manhattan ist. Oder halt generell New York. Hey Miles, hier drüben. Hab ich gerade gescannt, alles gut. Hey. Puh, da bist du ja. Danke. Ich will mit ihm sprechen über das Computer-Physik-Programm. Die Vermisstenmeldung ging vor einer halben Stunde ein. Was ist passiert? Das ist alles. Wir wissen es nicht. Sie wollte was aus ihrem Auto holen und dann, puff, dann war sie verschwunden. Was ich gehört hab, war Vermisst und Meldung. Ich würd sagen, ja. Geh schon. Wir halten den Platz frei. Danke. Ist da echt, dass Gebärdensprache nicht international ist? Die unterscheidet sich von Land zu Land auch nochmal. Also es gibt verschiedene, ja, verschiedene Sprachen in Gebärdensprache. Oder verschiedene Wörter natürlich. Ich denke mal, so die Grundformen sind schon teils gleich, aber... Astronomie-Club. Ja. Hey. Hey, girl. Hey. Alles klar, Delisai? Du bist hier, um den Uni-Dozenten Mr. Atlas zu sehen? Ganz genau. Schöne Astronomie-Stadt. Danke. Schau später mal vorbei. Ich hab ein 3D-Modell des Saturn gemacht. Aber sieh mal. Es ist cool. Ich heb dir ein Stück auf. Danke. Wo ist Kuchen? Wo ist Kuchen? Aha. Bschwing. Aha. Haben Sie eingehende Nachrichten oder sowas gesehen? Na bitte. Nur ein paar Mitteilungen vom Fitness-Tracker. Erzählt Ihre Schritte. So, so. Immer sie ist. Die Schüler hängen sehr an Miss Ferguson. Ich hoffe, sie ist okay. Bitte finden Sie sie. Wir tun unser Bestes. Miss Ferguson wird vermisst? Oh Mann. Sie trägt offenbar noch ihren Fitness-Tracker. Vielleicht kann ich das Signal finden. Ich mag übrigens voll gerne die Stimme der Direktorin, wollte ich nur sagen. Und ich mag die Augen von der Maske, wie die Blinzeln. Mal sehen, wo dieser Fitness-Tracker ist. Letzter bekannter Standort. Dawson Haber. Text-to-Speech-Anruf mit Hayley Cooper wird gestartet. Miles, Mr. Atlas ist da. Wann kommst du? Oh Mann. Ich muss es Miss Ferguson finden. Ich beeil mich. Er verteilt gerade Bewerbungsformulare für Stipendien. Mann. Kannst du mir eine besorgen? Nein, noch besser. Habe dir einen Link geschickt. Danke. Viel Glück. Und beeil dich. Ich sag ja, das ist halt nicht leicht, Held zu sein und gleichzeitig ein Privatleben zu haben, ne? Heyo, Miles. Was geht's, Genki? Kann das warten? Nicht wirklich. Mr. Atlas ist hier. Ich hab ihm gesagt, dass du wegen was Ehrenamtlichem nicht hier sein kannst. Also will er mit dir telefonieren. Passt es gerade? Danke, Genki. Aber es passt gerade echt nicht. Hier ist er, Mr. Atlas. Ich weiß, Sie müssen Ihren Flug kriegen. Genki! Hi. Miles? Äh, ja. Hallo? Sie flüstern. Passt es gerade nicht? Äh. Nein, ich mach's passen. So bin ich. Super. Ich höre, Sie interessieren sich für unser Musiktechnologieprogramm. Erzählen Sie mir doch von sich. Was haben Sie für Hobbys? Hobbys? Äh, ich hab gern Musik produziert. Aber es ist schwer, Zeit dafür zu finden. Genki hat mir ihre Samples gezeigt. Sehr beeindruckend. Besonders die mit dem Titel Schwingen. Was hat Sie dazu inspiriert? Äh, ja. Äh, ich hab, äh, Überschwingungen von Schallwellen nachgedacht. Da hat sich das ergeben. Interessant. Und können Sie mir sagen, was Ihnen besonders wichtig ist im Leben? Für Leute da zu sein, wenn sie mich brauchen? Zufällessig sein. Vertrauenswürdig. Jemand, auf den Verlass es. Sehr interessant. Und abschließend, warum glauben Sie, dass Sie gut zu unserer Schule passen? Ich gebe nicht auf. Und, äh, ich will das Richtige tun. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Faszinierend. Tja, Miles, danke für Ihre Zeit. Ich glaube, ich habe alles. Danke. Äh, brauchen Sie mal eine E-Mail-Adresse, falls Sie sich melden wollen? Das hätte besser laufen können. Vielleicht schaffe ich es noch rechtzeitig zurück und kann Mr. Atlas persönlich treffen. Ein paar Dinge klären. Ja, dann. Da. Ja. So, damit wären die aus dem Verkehr. Mal sehen, wohin das Signal führt. Da ist sie. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Aber wegen den Schuhen, ich mache mal einen Twitter-Post, damit, wenn ich Spider-Man wieder spiele, dann sage ich hier. Mit Schuhen. Na, ihr Luschis. Ey. Ey. Besaust meine Operation, Spider-Zwerge. Zu deiner Operation gehört Entführung. Wie soll ich das ignorieren? Wie soll ich das ignorieren? Auf dem Gesicht gebremst. Wow. Ich fasse es nicht. Du hast sie ganz allein erledigt? Das gehört eben zum Job. Wollen wir? Hast du etwa vor, mich zu tragen? Klar. Ich trage öfters Leute. Ich bräuchte nur eine mündliche Bestätigung, dass du mich nicht verklagst, falls ich dich vollkotze. Wow. Ist hiermit bestätigt. Aber eine Vorwarnung wäre nett. Dank Spider-Man ist unsere geschätzte Lehrerin Miss Wilson wieder wohlbehaltend bei uns. Zum Zeichen unseres Dankes ist es mir eine Ehre, Spider-Man zum offiziellen Helden von Brooklyn Visions zu erklären. Du bist hier immer willkommen, Spider-Man. Danke. Und jetzt zurück zum Quad. Wir müssen hier einen Roboter vorführen. Nicht viel Zeit. Hi, Miles. Ich weiß dein Interview-Engagement zu schätzen, aber ich habe gemerkt, dass du mit Wichtigeren beschäftigt warst. Mr. Sinclair hat ein gutes Wort für dich eingelegt. Direktorin Evans auch. Also machen wir es richtig und treffen uns auf dem Campus. Diese Woche. Auf dem BV Campus gab es ein paar App-Anfragen. Wollte nur Bescheid geben. Aha. Dann kannst du deine Technologie aufrüsten. Blablabla. Genau. Da sind noch einiges zu tun. Ja, aber ich mache jetzt erstmal die Hauptquest mit Peter. Peter Pugger. Ich brauche mehr Damage. Aha. Ja, aber ich brauche auch Heldenmarken. Aber da war ein Photospot. Den hole ich mir noch. Hä? 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 Was ist denn das Motiv? Ach, wow. Ja, das wird gehen. Wie geil. Die haben eine Party in dem Wassertank. Ja, er ist der Beste. Da ist Bojack Horseman. Mann, ich bin seit Jahren nicht dort gewesen. Als wir noch im alten Bugelbüro waren, haben wir uns dort versteckt, wenn Jonah kurz vorm Ausflitten war. An der Bar habe ich viele Aufträge fertiggestellt. Und Grasshopper vernichtet. Hi, ich bin Spider-Man. Und ich vermiese euch den Zahn. Ein paar Grundstücke in Nebraska. Sie sind dort gut. Wow. Aber nein. Ich werde sie vermieten. Wie heißt es so schön? Den Markt, den Rest machen was. Es ist verrückt, was die einem... Komm, mach doch. Spider-Man! Hilfe! Spider-Man! Hilfe! Ja, um die Ecke steht ein Krankenwagen. Ich bring dich hin. Nur schwing vorsichtig, ja? Sind gleich da! Naja, um die Ecke ist anders. Na bitte. Jetzt wird alles gut. Du bist super Spider-Man. Ich danke dir. Ja, ich bin super Spider-Man. Ja. Ich will doch zu Peter wechseln. Oh, du kannst jetzt halt nicht. Ist ja blöd. Ich finde es cool, dass die beiden die ganze Zeit hier aktiv sind und Sachen machen. So. So. Hauptperson. Oi. Joink. Joink. Ja, ist so cool. Oh, den Auftrag machen wir doch schnell. Also den Einbruch. Oder auch nicht. Wow. Wegschmeißen? Macht man nicht. What? Vor allem die Flasche Schnaps aus dem Fenster. Okay. Was zum... Oh, natürlich ist es Craven. Das Insekt. Arachnid, komm schon. Wie ist ein Boss an diese Art von Technik gekommen? Ein echter Jägerreich. Sag doch einfach, ich weiß es nicht. Oh. 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 Ich bin der Dekong! Ich bin der Dekong! Auf geht's! Aber im Ernst, wohin hat dein Boss Lee und Gargan gebracht? Deine klinischen Helden, die genießen ihre Freiheit. Das ist gar nicht dominös. Das ist dumme Vögel, ne? Was sollte mich umsehen? Was haben wir denn hier? Vielleicht führt das ja zu Antworten. So, Vögelchen. Bring mich zu deinem Nest. Das wird mir fehlen, wenn ich bei Emily May bin. Die Stadt ist wie ein einziger Hindernisparcours. Dieser Adrenalinrausch wird nie alt. Aber wirklich zu forschen. Für echtes Geld. Ich habe es endlich geschafft. Ein fester Arbeitsplatz. Okay, hör ruhig dich, Parker. Du kannst später von all diesen Sachen träumen. Zeit zur Verfolgung. Du wirst mir nicht entkommen. Schon wieder. Krass. Nein, 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 nein. Coole Tarntechnik. Darf ich mir das genauer ansehen? Nein. Das heißt wohl nein. Ja, ja, komm. Mach nicht so einen Akt. Ich habe jetzt zwei getarnte Orte entdeckt. Ob mein Anzug, der an visuelle Frequenzen identifizieren kann? Wo steckt euer Boss? Offenbar nicht hier. Ich will mit ihm über seinen Lebensstil sprechen. Du verdienst seine Beachtung nicht. Und Skorpion schon? Ist klar. Auf dem Boden mit ihm. Ach, ich habe ja nichts gegen Gargen. Ich habe ihn nur schon mehrmals fertig gemacht. Und doch, schonst du. Indem ich ihn nicht töte? Ja, töten ist nicht so mein Ding. Oder Nacht. Okay. Noch ein Roboter? Ich könnte etwas ausprobieren. Okay. Mal sehen. Hi, Tom. Sorry, Vögelchen. Grüße zurück. Für mich ist das auch nicht gerade angenehm. Da müsste doch... Yep. Oh. Ist das dein Zuhause? Komm schon, Vögelchen. Lass los. Komm schon. Ich habe diesen Flug nicht gebucht. Ich finde diese Beine so geil. Ein Ohrmann. Wöö. Ich schicke den Standort an MJ. Vielleicht findet sie die Grundbucheinträge. Soll ich mal diese Details an die ganze Stadt zieht, Mann? Wo geht es jetzt hin? Dankeschön, Torben. Lieb von dir. Guckt euch mal diese ganze Stadt hier an. Der Wahnsinn. Oha. MJ, hast du die Standortdaten von mir bekommen? Ja, ein alter Supermarkt. Der Besitzer starb letztes Jahr. Das Gebäude wurde verkauft. Warte. Der Käufer. Das ist eine Strohfirma, die überall in der Stadt Immobilien kauft. Ganze Blöcke kaufen die. Ich wollte letzten Monat eine Story über sie schreiben. Aber das wurde nichts. Jede Person, mit der ich gesprochen habe, ist... ...verschwunden. Hey, macht euch mal nützlich. Wir brechen demnächst auf. Wer sind diese Leute? Das finde ich raus. Viel Glück. Ich muss die beiden leise ausschalten. Und die anderen Jäger? Die Ansätze stehen und die Kommunikation ist verknüpft. Können losgehen. Was für ein Jagdrevier. Ich muss einen weglocken. Hab ich da eben. Da war was. Ja, Ninja Spidey. Das ging schnell. Irgendwas gefunden? Zwei Dinge. Diese bewaffnete Gruppe nennt sich Jäger. Und sie sprechen mit Akzent. Verbindung. Internationale Sädener. Das war auch mein Gedanke. Könnte gutes Material für deinen Artikel sein. Ich setze mich dran. Danke. Oh, apropos Arbeit. Ich habe Harry zugesagt. Das ist toll. Wir können später feiern, wenn dein aktueller Job erledigt ist. Unbedingt. Bis dann. Oh, die Wrestling Moves. Oh, nein. Zwei Ansätze melden sich nicht mehr. Und die Spinne wurde bei euch gesichtet. Bestien bereit machen. Ja, Craven. So far. Craven. Ist ihr Anführer? Spider-Man. Jetzt gehörst du mir. Ich bin gefangen. Ich bin gefangen. Ja, bist du wohl. Das sind alle. Was haben Sie vor? Ich denke, so bis 20 Uhr werde ich machen heute. Reicht ja auch. Ich habe jetzt schon so viele Spiderman gestreamt. Viereinhalb Stunden schon fast. Aber ich werde es jetzt regelmäßig auch streamen. Jetzt im Oktober kommt ja von mir jetzt Horror noch. Insofern ich es schaffe zu streamen. Also am Sonntag ist wieder Stream übrigens. Da mache ich dann Ad infinitum fertig und andere Horrorspiele. So um 11 werde ich leicht anfangen. Mal gucken. In der ganzen Stadt. Ich schicke das Genki. Er kann bei der Suche sicher helfen. Genki-Dama. Und warum? Ich Spider-Man wäre. So ein dicker Spider-Man wäre voll lustig. Ich würde gar nicht zu so einem Schacht passen. Hast du auch Hunger? Schlaf gut. Oh, für mich? Das ist ja lieb. Oh. Brauchst du doch gar nicht. Stabil und flexibel. Braise Scrapper Projectile. Ah, er lernt was Neues. Braise Scrapper Projectile. Fangt rum. Munition. Verpflegung. Bessere Ausrüstung als die meisten Armeen. Craven muss reich sein. Oder einflussreich. Oder beides. Ich habe mal gesehen, wie er mit dem Zeug in seinen Beuteln einen Jäger vor dem Tod bewahrt hat. Er lässt sich einfach nicht von der modernen Medizin einschränken. Das erklärt alles. Kein Mensch ist so stark. Nicht von allein. Das steht am Fokus. Er knüpft nichts als die Jagd. Würdest du dich ein bisschen mehr auf dich selbst konzentrieren? Könntest du auch so stark sein? Vielleicht. Was sind die denn? Da sind doch gar keine mehr. Hier. Scheint okay. Wir holen ihn jetzt. Ein Forschungslabor? Ja, Martin Lee, ne? Fiest. Oh nein, der will jetzt... Ich will herausfinden, woher seine Superkräfte kommen. Ja, nicht, dass er die klonen will. An sich selbst irgendwie verabreichen. Dämonenmaske. Dies alte Gang mit Superkräften. Hoffentlich macht Craven das mit seinen Jägern nicht nach. Tante May war so stolz auf ihre Arbeit bei Fiest. Dann hat Lee es ordentlich vermasselt. Hoffentlich war nicht alle seine Werke verdorben. Was? Halluzinogene. Vermutlich das Schlimmste an Skorpionsgift. Wenn Craven sie in seinem Arsenal hat. Erschöpftes zu öffnen. Oh, danke schön, Tom. Den Sonntag mit Bruga. Mit Bruga. Eine der seltensten Blumen der Welt. Ihr Extrakt hat ziemlich starke medizinische Eigenschaften. Ich spreche Beizie in den Niederlanden. Beizie. Ich sprach, oder? Ich sprach. Aha, was soll er denn hier? Erschöpftes zu öffnen. Ah, ah, ah. Seine Genexperimente gaben Skorpion seine Fähigkeiten. Craven hat gut recherchiert. Skorpion, Mac Gargan, bekannter Partner, Dr. Farley Stilwell, Doktor der Molekularbiologie und Biochemie. Dissertation, wie die Neogenik die Grenzen zwischen Tier und Menschen schwimmen lässt. Erforschte Genmanipulationen an Menschen mittels tierischer DNA mechanischer Biomimikrie. Begriff Neogenik von Stilwell geprägt hat sich in Wissenschaftskreisen nicht durchgesetzt. Ehemaliger Assistenzprofessor Empire State University, Entlassung wegen Entwendung von Laborausrüstung unethischer Experimente. Um Anerkennung der Neogeniktheorie bemüht, trotz Erfolgen als Spinne abgetan. Vorläufiger Umzug nach Madhipur. Vorgesetzte, äh, fortgesetzte Experimente im Distrikt Lowtown durchgestrichen. Finanzierung durch Trask Industries. Weitere Untersuchungen steht nicht in Beziehung zu Trask. Aha. Ungewollte Aufmerksamkeit von lokalen Gangs. Rückkehr nach New York City. In New York City Popularität in Verschwörungs- und Pseudowissenschaftsfonds erlangt. Äh. Blablabla, ja komm. Alles gut. Nicht so wichtig. Bevor ich jetzt wieder alles vorlese. Oha. Oha. Fast eine exakte Nachbildung. Hat sie wohl auf Schwächen überprüft. Bei Skorpion muss man vorsichtig sein. Moment mal. Sieh mal einer an. Ja, Craven hat sich hier einfach mal komplett was nicht eingerichtet. Ich hab noch einen Namen für dich. Craven. Er ist hier wohl der Boss und veranstaltet irgendeine Art Jagd. Craven, der Jäger. Was jagt er? Auf jeden Fall hat es mit Skorpion und Lee zu tun. Kannst du dir mal diesen Craven ansehen und Miles darüber Bescheid geben? Schon dabei. Pass auf. Schlaf einfach. Bitte. Oh shit. Ziel im Visier. Da war es wieder. Ich hab ihn. Da oben. Ziel im Visier. Ich hab ihn. Alter, das ist ja... ...next Step. Achtung! Bremst ihn vor mir! Schnell weg hier! Zu Boden! Ich schieße! Auf den Boden mit ihm! Das Zeug schmeckt furchtbar! Ich wollte es dir zurückwerfen. Hat dich sogar geklappt. Krass, was da alles kommt, wenn man dich einfach stealthy macht, ne? Ja. Sagen wir mal nochmal. Denk! Einfach still sein. Der Skorpsum würde wohl nicht beeindruckt haben. Das würde ich so nicht sagen. Aluzinogene einzusetzen und mit der Beute zu spielen. Oh, dich wollte ich gar nicht, aber alles gut. Alles okay? Okay? Nicht da. Wie auch immer. Ist nicht mein Bier. Patrouille! Keine Antwort. Hat jemand Sichtkontakt? Was? Stimmt was nicht mit dir? Ich brauche Verstärkung. Die Spinne lauert. Ne, das ist alles Einbildung. So. Alles okay? Ist der Schotow? Ich seh die Spinne! Äh! Äh! Äh, äh, äh! 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 Äh, äh! 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 Hey um she stopped So, jetzt ist aber Ruhe Oh, jetzt gibt es auch noch Hunde Geil Jetzt kommen die Boston-Dynamics-Dogos Oh, da Kätzchen Die Zähne haben es in sich Fuß, umdrehen, stell dich tot Endlich Ich hab mich schon gefragt, wann der Tierschutz aufkreuzt Alter, der explodiert ja auch noch Vorsicht vor den letzten Eine Frage Jetzt, wo ihr da seid Was, ja, Craven? Vielleicht kann ich helfen Bald wirst du niemandem mehr helfen können Ach, du warst ja schon, Fudge Holt ihn da runter Hört mal Es wäre für alle viel einfacher, wenn mich mal jemand aufklärt Craven Also, jagt der Misserfolg Intimität Clowns Es sind Clowns, oder? Die braucht doch eh keiner Das war's schon Was habt ihr bewahrt? Skorpion Martin Lee Blackhead Dieser Craven stellt ein ordentliches Team zusammen Das war's schon Oh, einer von seinen Hunter-Boys Gute Reise Ja klar Ist so krass Der macht das gar nichts Alles, was du drauf hast Es hieß Du wärst ein Killer Stell dir Meine Enttäuschung vor Hat er ihn gekillt? Was? Einfach mal Skorpion getötet Er will nicht mit Superschurken auf die Jagd gehen Sie sind die Beute Felicia Diese ganzen Augen Oh, Blackhead ist ja jetzt auch nicht so eine krasse Kämpferin Ist das so ein Cat-Burgler? Das ist so ein Cat-Burgler Würdest du dich bitte umziehen? Okay, okay Du trägst deinen guten Lippenstift Du musst ihn wirklich mögen, hä? Miles Tja Keine Ruhe Das macht man nicht Wenn er jetzt wirklich gerade Pornos geguckt hat Na, na Nein, Natascha Das macht man nicht Mama Man guckt nicht bei dem Jungen auf den Laptop, was der gerade gebrowsed hat Hey Ich hab eine Basis von diesen Safari-Piraten gefunden Oder Jägern, wie sie sich nennen Und ich weiß, wie ihr Chef heißt Cravenair Skorpion umgebracht Er hat noch eine ganze Liste Superschurken Warte, was? Heißt das Lee? Ich weiß nicht Es ist eine lange Liste Von diesen Leuten, die Marco uns gewarnt haben Sie haben Sandman gejagt Unglaublich Und Felicia steht auch auf der Liste Black Cat? Deine Ex? Genau Sie wird meine Warnung in den Wind schlagen Aber vielleicht hört sie auf jemanden, der unbelastet ist Wenn MJ dir ein paar Adressen mitteilt Könntest du dich dann darum kümmern? Wird gemacht Danke, Mann Ich brauch einen klaren Kopf Aber melde dich, falls was ist Und Wir werden Lee finden, Miles Versprochen Dauert wohl noch, bis MJ anruft Mal schauen, was draußen abgeht Jäger Sag mir, wo die Basis ist Freie Schussbahn Vorsicht, Netze Immer drauf Hat einer von euch Verstärkung gerufen? Nicht cool Sind die auch noch da, die Jäger? Komm her Erzähl mir was Wer kennt das selbe Am Morgen, Stargard Ja, freut mich auch Ich streame am Sonntag übrigens wieder Er hat das Serum von Captain America erhalten Okay Aus dem Zweiten Weltkrieg Ah Wenn ich das Relais deaktiviere Können sie keine Verstärkung rufen Cool Du warst also in zwei anderen Ansätzen in Harlem Cool Ich sollte zu den anderen Ansätzen Vielleicht führen sie mich zur Basis Dauert wohl noch, bis MJ anruft Mal schauen, was draußen abgeht Ah ja Machen wir das mal Ach, der Dieb wusste, dass es sich um Underground-Technik handelt? Da Schaden Immer noch nicht Auch Heldenmarken, verdammt So, Fokus gewinnt durch Netzschießertreffer Abstufe 18, okay, macht Sinn Das Pressure hervorheben Kann ich noch gar nicht Okay, da brauche ich Heldenmarken für Fertigkeiten Jetzt kriegt Malz auch mal was hier Oh ja Okay Sehr gut Hm Ja Es gibt noch so viele Fertigkeiten, die ich alle möchte Okay Genau, das wollte ich Ja, das wollte ich die ganze Zeit machen Hier, den Punktsprung Das hier Den hier Yeah Ja Warte, warte, warte Pete hatte recht Das ist ein Jägeransatz Vielleicht finde ich heraus, ob in der Nähe noch eine Basis ist Mach's mal auf die Leise Die ist glaube ich eigentlich auch vorgesehen ist Oh Okay Vergiss es Magische Top Stopp Hallo. Okay, ich schau nur mal kurz rein. Es ist noch in dieser Basis. Die Netze können da helfen. Weiß noch nicht, wo die Basis ist. Noch ein Ansatz übrig. Hey Miles, ich habe ein paar Adressen, die Pete erwähnt hat, von Black Cats Verstecken. Bin zuerst nur unterwegs. Danke für das Angebot. Felicia könnte Pete's überrumpeln. Ich weiß, du bist mit deinem Collegeaufsatz beschäftigt. Keine Sorge, Spider-Man-Action geht immer. Wir müssen wohl beide an unserer Work-Life-Balance arbeiten. Ich sitze an meiner Story über die Jäger. Mann, die sind ja nervös. Sie wissen wohl von den anderen Ansätzen. Siehst du den Monitor? Die anderen Ansätze sind weg. Das ist nicht ein Glückstag. Ich bin da nicht drauf. Hoppala. Ja. Zu mir! Da drüben. Wir sind an ihm dran. Könnte die Spinne sein. Metsch! Es ist der Azubi! Wer ist denn denn? Ihr seid erledigt! Mache ich euch so viel Angst, dass ihr Verstärkung braucht? Ja. 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 Dankeschön, Natascha! Krass! Lieb von dir! Danke, danke, danke! Oh, das ist lieb von dir! Dankeschön! Ich bin der letzte Ansatz. Vielleicht dann jetzt die Basis, oder? Ich muss da rein und... Mein Haarlem? Die werden bald sehen, dass ein neuer Shogun in der Stadt ist. Aha. Das ist die alte Schule, die meine Mom saniert haben will. Da ist ihre Basis. Wuppack in Haarlem. Jemand muss ihnen sagen, dass die Schule hier längst aus ist. Okay, MJ. Ich kann wieder reden. Leg los! Danke für das Angebot. Felicia könnte Peets überrumpeln. Ich weiß, du bist mit deinem Collegeaufsatz beschäftigt. Keine Sorge! Sp- Oh. Haha. Bereit dich in der Jägerschule einzuschreiben? Wir gehen in meine Schule. Eine harte Schule des Lebens. Uff, das ist übel, Miles. Sorry. Das war Teil meines Spinnentrainings. Zumindest zahlen sich die Infos aus. Hier verbessern sie alle Waffen für ihre Fahrzeuge. In meinem Block sicher nicht. Klinkgerott. Probieren. Woah Oh, je. Nicht leise genug, Spider-Man. Was macht ihr da? Das muss er sein. Oh, das war doch... Egal. Ist ein schöner Kampf. Finde die Konsole und schalt die Geschütze aus. Noch zwei Geschütze übrig. Hat einer von euch Verstärkung gerufen? Nicht cool! Eröffne das Feuer. Ja. Pass mal kurz hier raus. Pass mal kurz hier raus. Vorsicht! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Feuer! Heilreden! Achtung! Es ist die Spinne! Nudududududud både! Ist jetzt bald mal Schluss! Neue Position! jetzt reicht es aber langsamer mit dem gefaller hier also richtig die watt genagelt laut der Basisdaten von den Ansätzen ist hier noch ein anderer Raum vielleicht finden wir weitere Infos zu den Jägern damit kann ich arbeiten mal sehen eine verschlüsselte Datei Sascha lass ab von dieser Obsession komm zurück zu mir solange uns noch Zeit bleibt unsere Zeit ist vorbei geliebter und deine Kinder sie werden andere bluten lassen um unser Imperium zu übernehmen die Jungen müssen sich ihren Platz erstreiten die Jungen sie werden mich als Kinder nicht ansehen dann musst du zuerst zuschlagen wie bedrohlich die Musik ist sie hören sich cool an könnte irgendwann Ärger geben dann sollten wir uns um all ihre Basen kümmern falls sie auftauchen all ihre Basenpaare hey MJ bin auf dem Weg zu dieser ersten Adresse danke für das Angebot Felicia könnte Peets überrumpellen ich weiß du bist mit deinem Collegeaufsatz beschäftigt sie wird das niemals beenden Spiderman Action was jetzt so ich will sehen was da steht Netzreißer okay das Feuer das Feuer weicht den Netzen aus dies kann das doch runtergefallen jetzt ist aber gut jetzt lass mich doch diesen Scheiß Netzreißer machen haben wir auch okay wir werden Schuss zweifeln den Schuss Schweißer ja 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 jeter Flieger wär doch schade wenn ihm was passiert aahha meine zahlung keine sorgen machen muss uns einfach ab die schütter hochgeschwindigkeits voller super das basketball mecker aber wenn die leute aus den fenstern hängen zuzusehen kamara einfach nur super wirklich ein riesen fern von diesen spielen die ist so geil also es spielt sich super es fühlt sich super an es sieht super aus es hört sich super an ich kann nichts kritisieren in dem spiel außer ein paar bugs ja ein paar clipping fehlerchen manchmal aber das ist jetzt für mich absolut verschmerzbar das muss aufhören ich sage doch wir wollen nichts verlangen des tanz spiel ich rum spiel ich rum spiel ich rum spiel das ist so witzig wer vergreift sich an unserer beute echt jetzt noch mehr bleib auf deinem worten Bleib mal gleich liegen. Die Kontrolle von Menschenmengen klingt auch gut für meinen Lebenslauf. Und die haben so viele tolle neue Sachen dazu gebracht, also wie den Fluganzug hier. Dann hast du doch mehr Modi, um dich fortzubewegen, schneller sowas hier. Oh, warte, sowas hier. Na gut, klappt jetzt nicht. Ich hab den Looping jetzt zum Beispiel neu. Oh, Brawler Versteck. Die Koordinaten zeigen ein Versteck oben beim Braxton Gebäude. Naja, ich finde die Kämpfe nicht Standard. Man kann es ja auch Stealth machen, das ist ja das Schöne. Ah. Wie gängt er sich das Zeug nur aus? Ah. Möchte ich das irgendwie rüberziehen? Hallo? Yes. Boah. Du hast mich nicht ernsthaft zu deinem Mist geschickt und vergessen, Leser zu erwähnen. Naja, sicher ist sicher, ne? Ah. Ah. Au. Haha. Ja, nicht so schlimm. Oh. Ungeduldig. Meine Meinung ist, also wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich find das richtig genial, das Spiel. Ich hab den Vorgänger auch schon sehr geliebt. Ach, das war's schon. Fallen? Okay. Okay. Also nichts auszusetzen, hört sich ja so... Ja, das hört sich halt so okay-isch an, aber es ist nicht okay. Es ist mega gut. Ich hab richtig viel Spaß mit dem Spiel. Liebt die Kämpfe. Stealth ist manchmal bisschen fummelig. Tja, dass man den Fähigkeiten auch bisschen... Hä? Hallo? Hallo? Komm nicht mehr raus. Aber sonst? Also Story gut. Generell die allgemeine Grafikvielfalt. Also auch die Weitsicht, also die Technik. Alleine von der Technik ist das Spiel so top notch. Ist der Wahnsinn, wirklich. Ja. War keine Aktion, deswegen dachte ich so, hä? Das ist Verbrechen jetzt. Es gibt keine Verbrechen in New York. Nicht, wenn wir unterwegs sind. Hey Onkel! Warum hast du Technik im Wolkenkratzer versteckt? Schon mal vom Braxton Raub gehört? Äh, nein. Tony Braxton. Ganz genau. Das war mein erster Raub als Prowler. Und auch mein erstes Mal mit einer Crew. Wir wollten dort Prototypen aus Braxtons geheimer Technikabteilung stehlen. Aber jemand hat uns alle verraten. Wer? Hab ihren Namen nie erfahren. Aber sie war gut. Ein Profi. Eine Diebin, wie aus dem Bilderbuch. Ich war aber nicht sauer. Es war eine wertvolle Lektion. Langsam verstehe ich, warum du der zärteste Fall warst. Hahaha. Das war gut mit dem Versteck, Junge. Wer hat wohl Onkel Aaron überlistet? Das schaffen nicht viele Leute. Nein, Mann! In meiner Stadt darf niemand einen hinterhalten. Gott vielleicht! Komm, du schläfst jetzt mal direkt. Ausbruch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich höre nicht. Komm, du schläfst jetzt mal direkt. Wann, was war ich von mir? Komm, du schläfst jetzt mal! Au! Au! Gute Nacht! Verpackte Technik, das kenne ich. Als wäre hier geplündert worden. Perfekt, um die von Genki ausgerüstete AR-Technologie einzusetzen. Hm. Aha. Kratzspuren. Irgendeine Spur von ihr? Ich habe Kratzspuren mit Spuren von Metall gefunden. Selbst. So Leute, um 8 ist leider schon Schluss, aber ich streame am Sonntag ja wieder. Holz eingebettete Spuren von Metall. Ich muss nur die molekularen Bestandteile der Metallrückstände isolieren. Ach, na dann. Zerstören die verdorbenen Atome. Und zerstören dabei keine... Hä? Ach so, warte mal. Oh. Oh. Ja, ja. Titan. Was noch? So funktioniert Chemie, Leute. Ja, ich gebe mir Mühe, Sabrina. Danke, aber manchmal klappt das ja auch nicht ganz so. Mit der Ruhe. Bläum, bläum, bläum. Isoliert. Und? Kobalt. Das sieht gut aus. Kobalt und Titan. Ich hätte jetzt gesagt Aluminium oder so. Wer sagt Wissenschaft macht keinen Spaß? So Krallen aus Alufolie machen, weißt du? Oh, das war schlecht. Äh. Ja, wessen Krallen sind das wohl? Das ist jetzt schwierig. Catformel wird es doch nicht sein, weil das ist DC. Ich muss dich beeilt haben. Sie holte etwas aus dem Kasten an der Wand. Sieht aus wie ein Safe. Aber er ist leer. Eile. Sollte ausreichen, um die Szene zu rekonstruieren. Was, jetzt einer auf Batman oder was? Ne. Heute nur Spider-Man. Sie sind hier schon auf der Spur. Deshalb muss die Stadt vor den Jägern gewarnt werden. Sie hätten... Halt mich auf dem Laufenden. Ich will mich nicht in die eigenen Videos rein interferieren. So wurde aus einer freundlichen Warnung ganz schnell eine Rettungsaktion. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Eilisha kann auf sich aufpassen, aber ich habe ein schlechtes Gefühl bei diesem Jägern. Du sorgst dich um die Ex deines Freundes? Wahres Mitgefühl! Wow. Musst du noch Salz in die Wunde? Natürlich findest du das bestimmt nicht so cool, dass es Peters Ex ist. Oha. Ich habe sie wohl verpasst. Irgendeine Spur von ihnen? Ich schaue mich mal eben um. Noch ein Safe. Aber dieser ist verschlossen. Sie hat ihr Leben riskiert, um ihn zu erreichen. Ich muss ihn öffnen, aber... Er hat keinen Strom. Ein elektrischer Knoten. Es gibt sicher mehr. Noch ein Knoten geschafft. Das ist die unterbrochene Stromleitung. Sie ging darunter. Ich wette, der Generator ist für den Safe. Ah. Wenn ich mein Netz mit dem Generator verbinde, kann ich den Safe öffnen. Oder was? Okay. Scheint zu funktionieren. Das war's. Ich bin drin. Yay, ein Buch. Paris. MJ, kannst du Französisch? Nicht ein Wort, aber... Wow. Man kann ja wohl oui oder bonjour, oder? Na klar, Tamara. Natürlich. Dankeschön, Saduro. Sie müssen den Träger damit Portale erschaffen, die ihn an jeden nur möglichen Ort bringen. Die Magie? Wenn sie so etwas in die Hände bekommt. Ich wüsste, was damit anzustellen. Miles, halten wir uns an den Plan. Sind in Position. Sie gehört uns. Sie müssen alle diese dicken Pelzmäntel tragen. Sie ist definitiv da drin. Ich muss die Jäger loswerden. Was auch immer dieser Stab macht. Er ist hell. Nicht die Lichter anstrengen. Oh nein. Äh, was machst du? Äh, was machst du? Entweder zaubert Black Cat da drin, oder ich verpasse eine krasse Party. Gerüchten zufolge gehen in diesem Gebäude seltsame Dinge vor sich. Das scheint zu stimmen. Sie spielt mit uns. Aber wir haben das Sanktum. Dankeschön, Enno. Lieb von dir. Diesmal nicht. Diesmal kriegen wir es. Die Spinne ist hier. Nein. Schaltet sie beide auf. Oh. 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 Ist die nicht. Oh. Dein Lebensinhalt. Die Zeit ist knapp. Ein neuer Partner? Bei Felicia weiß man nie. Ja. Ich habe ein komisches Gefühl. Die ganze Jagd war wirklich voller Überraschungen. Also ihr könnt davon ausgehen, dass ich alles von Resident Evil spiele, was rauskommt. Wenn es jetzt nicht so kack ist wie Operation Raccoon City oder sowas. Ja, der hat ja ganz gut geklappt. Alter. Mal was Neues. Die kleine Spinne möchte spielen, ha? Die Frau Loft. Ich finde sie super. Die Lara. Hat es jetzt einen auf Dr. Who oder was? Ja, Dr. Strange. MJ, sie hat den Stab geklaut. Und die Magie ist ziemlich echt. Was, was ist passiert? Hey Kat, können wir reden? Mach doch mal langsam. Verschwinde oder ich zaubere dich in den Pazifik. Wie kommst du auf unseren Kanal? Ihr benutzt immer noch den alten. Hast du nichts Besseres zu tun, Kleiner? Felicia, du musst aufhören. Das ist leichtsinnig, selbst für dich. Wer ist das? Bist du das, Rotschop? Wie läuft's denn so mit der alten Spinne? Lustig, weil Lara hat auch rote Haare. Wow. Kannst du das lassen? Das ist eine geile Action. Ich brauche keine Hilfe von dir oder sonst einer Spinne. Weißt du, was der Stab kann? Sie will damit bloß mehr Kunstwerke stehlen. Hey, ich kann euch Clowns hören. Also. Also. Dieser Stab kann uns zu Craven bringen. Es ging hier nie um Craven. Was für eine Action. Was für eine kranke Action einfach. Warum hilfst du mir nicht, ihn aufzuhalten? Du bist Spider-Man. Du hast die Stadt schon mal gerettet. Das schaffst du auch wieder. Spider-Man hatte Recht mit dir. Du denkst nur an dich selbst. Hat er das gesagt? Das geht dich nichts an. Meine Freundin ist in Paris. Und hat meinetwegen Ärger mit üblen Kerlen. Hast du jemals was aus Liebe getan? Sie braucht mich jetzt. Wenn ich nur wüsste, wie ich mit diesem Ding vorankomme. Lord MJ ist dir nicht zu trauen. Der Rotshopp ist schlau. Aber du musst eigene Entscheidungen treffen. Ach, ihr schon wieder. Sie gehört mir. Hinter dir. Das hat weh. Du solltest weg. Nimm dir ein Portal. Die Bedienungsanleitung für dieses Artefakt war nicht verständlich. Du wirst wohl langsam besser darin. Nicht besser genug. Wir kriegen das schon hin. Gemeinsam. Verdammt. Mutige Einstellung, Junge. Es heißt Spider-Man. Nicht, Junge. Danke. Okay, Spider-Man. Dann zeig mal, was du kannst. Mehr von ihnen. Auf dem Dach. Hey, durch dieses Portal. Stylisch ohne Ende, hey. Da hast du ein Geschützt, Tom. Hier ist noch ein Portal. Ich nehm jede Hilfe, die ich kriegen kann. Hast du Zaubertricks für Kugeln? Du hast Netze. Schalte den Geschützturm damit aus. Überraschung. Pann. Hey, Spider-Man. Glaubst du, die sind wegen der Seelöwen hier? Oh, die will ich auch sehen. Musstest du, dass Seelöwen bis zu 40 kmh schwimmen können? Achtung, Jäger. Da sind viele. Kraven will dich wohl echt kriegen. Ich bin nicht zu haben. Sie wollen uns definitiv müde machen. Wenn sie mich wollen, müssen sie mich umbringen. Lassen wir es nicht so weit kommen. Okay? Das war krass. Wie findest du Hunde? Ich steh mehr auf Katzen. Und das sind keine Hunde. Wie beißen wir Hunde? Schlimmer. Vorsicht, die Portale. Das ist mein Ziel. Das war eins, fällt der Wim. Sie schicken einfach alles auf uns. Das könnte mein letztes Leben sein. Nein, wir bringen dich nach Paris. Deine Freundin braucht sich. Du bist wirklich Spider-Man. Nein, wir bringen dich auf uns. Jetzt reizt es aber auch mal hier. Krass. Schnell in Urlaub. Aber hallo, Leute, kauft euch das Spiel, das ist mega. Und außerdem sind es fünfeinhalb Stunden schon. Und es kommt mir nicht vor wie fünfeinhalb Stunden, die ich jetzt am Stück Spider-Man spiele, weil es ist mega gut. Können sie sich auch noch teleportieren oder was? Wird immer besser. Hä? Was? Wrong. Sorry, wir sind aus Nebel zurück, der Doktor und ich schulden dir was. Oh nein. Der arme Kerl. Hey. Was ist mit Felicia? Sie ist vorerst in Sicherheit. Was macht dein Artikel? Hab ihn Jonah geschickt. Wünsch mir Glück. Du schaffst das. Über 18. So, ganz kurz noch skillen. Richte des Lebens. Malz Morales, 2099. Sehr gut. Schattenspille. Aber hallo. Mega gut. Habe ich den blauen mal oder den hier? Mit dem roten Innencape. Das gefällt mir. Und Peter kriegt auch noch einen. Den Anti-Ock-Anzug. Sieht aus, hat er so einen komischen, so einen Mankini an von, von Borat. Bei dem letzten hier irgendwie. Äh, ich hab mir den roten. So. Endlich. Bam. More damage. Immer more damage. Alles, was ich brauche, ist damage. So. Jeder dritte Netzschutz. Schuss, nicht Schutz. Er zeigt eine kleine Netzstreuzone. Ja. Immer mal. Barbe der Heldenmarken. Drei Punkte. Werden am Schmetterruck. Okay. Ne, finde ich nicht so spannend. Äh, Eckschwing-Netz. Okay. Kombo auffüllen. Hm. Barriereentwaffnung. Ja, das ist gut. Für diese dummen. Diese dummen. Schlingenden Typen da. Werde ich das noch nicht? Ach, die Story. Ah. Das ist geil. Okay. Alles klar, Leute. Hey, du musst nach Coney Island. Was, wieso? Mysterio wurde doch gerade entlassen. Tja, er eröffnet dort eine neue Attraktion. Nein, Mysterio. Könnte sein. Und rate mal, wer heute noch da ist. Ein Tipp. Du stehst seit über einem Jahr auf sie. Komm schon, Bro. Bro, mich nicht an, Bro. Du und Hayley seid füreinander gemacht. Du musst sie fragen. Das ist ein Naturgesetz. Mal sehen. Aber erst ist Mysterio dran. Ja, okay. Alles klar, Leute. Das war es leider mit dem Stream. Spare ich mal manuell. Hä? Dass es in Berlin besser wird? Was meinst du mit besser, Tamara? Moon Knight Spidey. Oh Gott, Moon Knight. Ich fand das nicht so gut, leider. Ich fand das leider nicht gut, Moon Knight. Hat mir nicht so gefallen. Das ist für mich kein cooler Marvel-Held. Der war mir zu... zerrissen irgendwie. Und hey, ich bin schizophren. Ich hab mehrere Ichs. Und naja. Wie gesagt, war nicht so meins. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr da wart. Und schaut's gerne auf YouTube. Morgen kommen wieder nochmal Videos. Am Sonntag Horror. Da spiele ich erst Ad Infinitum durch. Dann ein paar andere Horrorspiele. Und Spudermann geht nächste Woche dann natürlich auch weiter. Weil, ja. Wenn ich jetzt so streamen, habe ich es wahrscheinlich auch zügig durch. Und drei, vier, fünf Streams maximal. Mal gucken. Ich will auch nicht alle Nebenmissionen machen. Die mache ich vielleicht off-cam. Wenn ich Bock drauf habe später. Wenn ich's durch habe. So.